Heute seht ihr die besten Lucky Block Treppenrenn-Momente aller Zeiten! Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut unbedingt bis zum Ende und los geht's! Ach und ja, Leute, ich hab in den ganzen Videos 5 verschiedene Feuer-Emojis versteckt. Wenn ihr alle gefunden habt, kommentiert mal Hashtag Feuer und dann weiß ich, dass ihr das ganze Video bis zum Ende geschaut habt. Und jetzt geht's wirklich los. Let's go! Wow, Leute, was zum Billy Poops ist mit unseren Lucky Blöcken passiert? Wie sehen die denn aus? Oh nein, Leute, wer ist das denn, Junge? Was machst du mir? Äh, Leute, das ist das Baby vom letzten Mal. Hey, lasst mich in Ruhe, Leute. Schafft es mir vom Hals. Schafft es mir vom Hals. Oh nein. Es greift mich an, es greift mich an. Jetzt attackiert es dich. Ich werde euch alle vernichten dafür, was ihr mir letzte Folge angetan habt. Kommt her, Mann. Oh nein, wir können reden. Stopp, 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 kleines Baby, pass mal auf. Leute, falls ihr nicht die letzte Folge gesehen habt, schaut da unbedingt vorbei. Wir haben einfach das gelbe Baby vernichtet. Und jetzt bist du wieder zurück. Warum bist du wieder am Start? Und was willst du von uns? Wir wollten gerade ein Lucky Block Treppenrennen machen. Und jetzt hast du die ganzen Blöcke in Babyblöcke verwandelt. Ich werde euch alle vernichten, es sei denn, ihr gewinnt in einem Lucky Block Treppenrennen gegen mich. Aber das werdet ihr sowieso nicht schaffen. Äh, Leute, habt ihr das gehört? Oh nein. Hey, Simlucky. Hey, äh, Simlucky, wollt ihr eigentlich nur ein schönes, frohes, neues Jahr mit dem Chat? Wow. Hey, danke, Billy, du bist der Beste. Aber wir haben noch nicht neues Jahr, Billy. Noch nicht? Du Pupskopf, ey. Aber, Leute, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen gegen das Baby ein Lucky Block Treppenrennen machen. Jo, was hast du da im Inventar? Was ist das für eine Waffe? Baby, hör mal zu, Kuss, okay? Aber wenn wir gewinnen das Lucky Block Rennen, dann wirst du uns nicht auffressen, okay? Hm, das überledigt wir doch. Hihihi. Leute, ich habe mir vorhin direkt Antworten zu sagen. Okay, okay. Leute, wir müssen uns auf jeden Fall besiegen. Du, habt ihr gesehen? Was hat das für eine Achse im Inventar? Ja, wir müssen schon sehen. Ey, egal, was für... Das hat doch die ganzen Blöcke manipuliert. Du wirst uns doch extra verlieren lassen, du blödes Baby. Komm her, Mann. Weißt du was? Wir sind so drin. Wir kriegen den, ich nicht, mit dem Fallstall. Wir haben gewacht von der Strasse. Stimmt, stimmt. Du hast recht. Okay. Alles gut, alles gut. Wir machen doch nichts. Der ist wirklich gruselig. Okay, auf drei geht's los. Drei. Ey, stopp. Ich entscheide, wann es losgeht, du Pupskopf. Ey, ey. Junge, Alter. Lass Billy in Ruhe. Lass Billy in Ruhe. Leute, wir können das nicht machen. Ey, Billy, entschuldig dich. Entschuldig dich schnell. Entschuldig dich schnell, Alter. Okay, entschuldig. Angenommen. Ja, aber der ist verrückt, Alter. Das ist ein komisches Baby. Okay. Ich hab mal ein halbes Platz, Alter. Ey, aber Billy, aber Billy. Ey. Ey, so, also. Ich würde sagen, wir können starten, oder? Okay, das Lucky Block ranbringt. Dann beginnt. Drei, zwei, eins und null. Wenn die nur wissen, ich hab deren Lucky Block manipuliert. Was, Jürgen? Ich wollte direkt an. Das haben wir versucht. Junge, was geht's ab, Leute? Yo, yo, yo. Okay, ich glaub, der hat das wirklich manipuliert, ne? Lass dich mal lieber nicht öffnen, oder? Alter, der hat uns extra die schlechten Lucky Blöcke gegeben. Haha, der erste Block war manipuliert. Hehe. Äh, das ist komplett und... Oh ja, alles Gute, ey. Das ist fair. Der hat's verdient. Billy hat's verdient, dass der erste Block manipuliert war. Ich hab ein Herz. Verrätst du grad dein Projekt Billy, Alter? Nur weil du Angst hast? Der wollte mich grad erledigen. Äh, ey, Billy, das war nur Spaß. Nee, du bist der Beste. Okay, wir machen weiter. So, zack. Äh, was hast du gesagt? Ey, ich hab was krass bekommen. Hä, was hast du bekommen? Alter, nur Billy's Block manipuliert. Guck mal, was ich bekommen hab. Was ist das denn? Oh, kass. Ja, richtig krasse Feine. Ey, hör auf, mich die ganze Zeit zu schaden. So, ich fahr jetzt auch an. Ha, ich hab viel besseres abbekommen. Oh, ja. Ich fahr mir jetzt nen Nether. Komm, schon nen Nether-Portal machen. Ja, was bringt dir das? Hey, Bibi. Yo. Leute. Äh, Billy, was kommt dir? Bibi hat nicht immer mit dem Böger drauf. Du hast mich schon manipuliert, oder? Ich lasse jetzt auch mal, ja. Ich streite dich, ich bin... Boah, was ist das denn? Ey, zeig mir her, zeig mir her. Okay, zeig mir her, zeig mir her. Ich will unbedingt sehen. Durch des Verschwindens schnell in der Hauptbahn. Was ist das denn? Plus 20 Rüstung? Hä? Wow. Ey, guck mal her, guck mal. Zeig mir her, zeig mir her. Hit mich mal, so nackt, hit mich mal. Äh, ja. Guck mal, ich bekomme gar keinen Schaden. Ey, zeig mir her, Uri, ich will auch sehen, ich will auch sehen. Das Bibi soll mich mal helfen. Bibi, hit mich mal, hit mich mal mit deinem Dings da. Mit deinem krassen... Bist du dir sicher? Okay, komm her. Oh, zack. Äh, Uri. Keine gute Idee war das. Das war's komplett. Wie krass ist das, Bibi? Uri, was hast du getan? Ey, Bibi, möchtest du das Golem schlagen, Bibi? Ja, schlag mal einen Golem. Alter, das hat voll viel Leben. Wie viel Schaden macht bitte das Ding, was der anhand hat? Das ist eine krasse Axt, Alter. Junge. Ich hab, dieses Teil gibt immer noch 20 Rüstung. Was? Was? Das geht Golem One-Shot. Das macht Golem One-Shot. Was ist das denn für ein Ding? Zeig, 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 zeig. Das ist eigentlich wohl krass, eigentlich. Hä? Es gibt voll viel Rüstung. Guck mal, das riecht wie ein Rüstenclub. Yo. Äh, gehört es mir, Uri. Spaß. Alles ist ein HP, hat alle gekillt. Alter, wie krass ist der? Äh, Uri, ich hab doch gesagt, leg dich nicht mit ihm an. Und Leute, wir haben nur drei HP insgesamt. Also drei Leben, wir dürfen nicht oft draufgehen. Junge, uch, du hast... Heike, guck mal, Block. Ey, verschick das vom Baby, sonst willst du das haben, sonst klaut es dir doch. Oh, komm, komm, komm. Ey, zum Blocki, zum Blocki. Hm? Du, damit kann ich vielleicht ihn weghecken später. Ja, stimmt. Ey, mach das. Hm? Was habt ihr gesagt? Was wollt ihr tun? Ich hab, glaub ich, ich hab mich verhört, oder nicht? Äh, wir haben gesagt, wir wollen dir damit, äh... Geschenke hacken. Wir wollen den Windel wechseln. Geschenke hacken. Ja, Windel wechseln. So, automatisches... Hä? Was riechst du da? Du riechst... Richtig gut, du riechst, äh, wunderschön. Hm? Nein, willst du wollen nochmal mit der Axt angehittet werden? Nein, nein, auf keinen Fall. Ja, das hast du davon, jetzt hast du noch ein Leben. Und wenn du noch einmal draufgehst, dann bist du raus aus dem Spiel für immer. Oh, nein. Oh, nein, Leute. Dann bin ich jetzt eigentlich aus dem Ugrich City gebannt. Was hab ich bekommen? Leute, ich hab was richtig krasses bekommen. Ey, aber, Uri, wenn du einmal noch draufgehst, dann bist du aus dem Ugrich City gebannt. Nein. Ey, Uri, richtig aufpassen. Immer nicht zum Baby. Ich hab noch nicht gebannt werden. Nee, ich hab noch... Nein, Uri, auf keinen Fall. Leute, was hab ich hier bekommen? Junge, was ist das denn? Hä? Alter, wie schnell baut du das ab? Lass mal schauen. Hä? Yo. 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 Ey, kann das richtig schnell Obsidian abbauen? Äh, nee, Brüder, die ist trotzdem schlecht. Aber... Nacki, schau mal, was sie bekommen. Ey, Uri, nicht, das ist draufgegangen. Alter. Du hast überlebt, Uri. Oh, nein. So, Uri, hatte ich eben diesen Apfel hier bekommen. Schau mal, Nacki. Hä? Was ist das denn? Hätt ich nicht gegessen? Hätt ich jetzt... Alter. Ey, zeig mal gleich. Okay, ich mach jetzt weiter mit öffnen, ne? Yo, ich hab ne aufbekommen. Alter, ich teste direkt aus. Ich teste direkt aus. Ich teste direkt aus. So OP, Alter. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen, Bili? Schreck mal her. Warte, hier. Ich will da besser abschießen. Ey, mach lieber nicht. Mach lieber... Hm? Was? Bili, hab ich da etwa was gehört? Sag das nochmal. Sag das nochmal. Ich hab Feuerwerk für dich. Richtig cool. Schau mal. Hier, hier, unten. Da, da, da. Ich geh... Oh, Feuerwerk. Danke, Feuerwerk. Let's go. Okay, ich hab mir doch überlegt. Ich kenn dich doch nicht. Du hast es verdient zu leben. Danke. Das war knapp, Bili. Du bist so knapp vorbeigekommen. Yo, ich muss richtig aufpassen. Ich hab keinen Lebensfall noch, aber egal. Wir sind wirklich unsichtbar, ne? Hast du ja grad gesagt. Alter. Ich kann das Baby gar nicht auf dir alles mehr anhaben. Haha, ich geh nicht auf. Warte, 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 ich hab nie, ich geh zum Baby. Was ist das denn? Ich geh zum Baby. Oh, warte, warte. Oh, guck mal. Oh, der Jack, Jack. Magier. Oh, nein. Okay, aufpassen, aufpassen. Aber ich seh dich doch nicht. Alles gut. Ey, ich geh zum Baby und weiß, was ich jetzt machen werde. Ich werd das einfach, ich werd das anpupsen. Haha. Sie müssen bestimmt denken, was hier so stinkt. Oh, es killt einfach alle hier. Das ist so stark. Okay, löp. Davor ist das Baby. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich geh da hin und pups das an, Junge. Die müssen bestimmt denken, was stinkt hier so. Oh, ich hab ne bessere Idee. Ich schlag das einfach. Ich schlag das hier runter. Hm, es ist ein Lucky Block. 100% Luck habe ich bei mir grad nie, was schlecht zu trauen kommt, weil ich alles monatig belötet habe, wenn die nur wüssten. Haha. Und zack, Lucky Block öffnen. Und boom. Ich hab geklaut, ich hab geklaut, ich hab geklaut. Hm? Warte mal. Da ist nichts rausgekommen. Das geht doch gar nicht. Ich hab immer Glück. Wer war das von euch? Wer war das? Äh, Leute. Oh nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Billy. Ich war das. Guck mal, ich hab die ganzen Äpfel geklaut. Das ist ein Void-Apfel. Geh weg, Junge. Dann gehe ich auf die. Alles gut, Billy. Oh nein, oh nein. Ich glaub, das war's. Es sieht so, wie es aussieht. Hab ich da was gesehen? Hab ich da was gesehen? Das verdient die Strafe. Warte. Äh, Leute. Billy hat nur zwei Herzen. Das war's. Jura, Sam Lucky. Alles deine Schuld. Äh, es tut mir leid. Es tut mir leid, Billy. Es tut mir leid, Billy. Doch, zwei Leben. Da wird Billy von der Sam-Ukri-City gebahnt. Das will ich auf keinen Fall... Ey, Billy. Wir werden noch besiegen, okay? Abwarten, abwarten. Auf keinen Fall draufgehen den am Ende. Am Ende gibt es episches Battle gegen den. Okay, ich mach jetzt auch auf. Junge, Ukri bist ja schon voll weit. Oh ja, Sam Lucky. Und schau mal, was ich bekommen hab, Junge. Das ist richtig krass. Alter, was? Was? Junge, was ist... Einfach in meiner Lieblingsfahrung. Ey, will ich auch haben. Will ich auch haben. Oh, stopp. Was kriegt denn da? Ich hab mal, was ich bekommen hab. Hier schenke ich dir. Zeig mal her. Lies den Namen. Lies den Namen. Äh, Dinner. Ich so baue, Billy. Dinner bauen. Aber es ist noch krassere Rüstung, so Lucky. Das kriegen wir gar nicht. Ja, wie krass ist diese Rüstung? Bitte sehr. Ich hab Bücherregal bekommen. Brauch ich auch nicht, Leute. So, was kriegen wir hier? Wie, ich brauch eine Waffe, Leute. Ey, ich glaub, das Baby hat schon eine Waffe bekommen. Wenn die nur wissen, schaut mal, Leute, was ich in meinem Event hab. Noch so eine OP-Waffe, damit werde ich euren Puppe versohlen. Billy, mach das nicht. Billy, mach das nicht. Billy, mach das nicht. Warte, mach den ganz kurz. Billy, Billy, das war's mit dir. Ich krieg den Spaß. Alles gut, ich lass dich in Ruhe. Ich hab mir doch alles überlegt. Ich will meine Lucky Böcke öffnen. Alter, war das knapp. Ich hab bloß Spaß gemacht. Ich dachte, du wärst ein Fisch. Billy, ich glaub, das ging zu weit. Ich hoffe, er hat das nicht gehört. Ich hoffe, er hat das nicht gehört. Billy, ich glaub, er hat sich gehört, Billy. Ja, Billy, wir können es vergessen. Oh, bitte, nein, bitte. Ich geb dir auch meine Bogen hier. Guck da auf keinen Fall hin. Leute, es war's mit Billy. Das war's. Bogen, let's go. Nee, ich mag den nicht. Ich geh dich trotzdem. Komm her. Warte, ich kann dir auch eine Schaufel geben. Ich mag keine Schaufel. Komm. Was, du wachst. Ein Leben. Und dafür bist du aus dem Free City gebahnt. Ein Leben. Und dann werde ich gebahnt, Freunde. Oh, nein. Ja, ich sehe es euch krank. Aber hör mal zu. Guck mal, was ich dir für eine Rüstung gegeben habe. Was die krasse ist in aller Zeiten. Yo, yo. Was? Ich hab von jeder Farbe eigene bekommen. Was, ehrlich? Das war der krasseste Lackybock aller Zeiten. Wie krass. Guck mal, die ist für mich rot, für dich blau. Und ich geb Billy noch eine, weil der hat nur ein Leben, so wie du. Schnell. Oh, Junge. Mach keine Faxen mit dem kleinen B. Mach keine Faxen. Das Kitt ist noch, Junge. Aber ich hab keine mehr. Ich hatte nur die und die. Was macht ihr denn da? Oh, die haben eine gute Rüstung bekommen. Ich werd dich kriegen. Oh, Bigoldäpfel. Äh, was? Goldäpfel? Ey, ich mach jetzt auch weiter, Leute. Ich muss jetzt. Was? Musst du nicht bekommen? Die ganze Goldäpfel. Leute, einen roten Goldäpfel. Einen roten Goldäpfel passend zu mir. Jetzt hab ich eine rote Rüstung und einen roten Goldäpfel. So, war zwei, da geht's. Die Rüstung, Alter. Was? Was hast du bekommen? Was? Was? Schau dir das mal an, was ich bekomme? Alter, zeig her. Brad, bist du runtergefallen. Okay, zum Glück hast du überlebt. Ey, ey, alles gut, Junge, meine Rüstung, du hast überlebt alles. Wo bist du? Okay, okay, pass auf. Nimm dieses Baby. Hm, haha, jetzt werd ich hier pranken. Äh, Baby, wir sehen dich, okay? Hm, was? Ey, du hast mir Prank versaut. Das wird bestraft. Äh, warte mal, warte mal. Äh, ne, ich seh dich nicht. Äh, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich nicht gesehen. Hm, kann es sein, dass du... Ich seh dich irgendwie gar nicht. Äh, oh. Du prankst uns voll, Baby. Und jetzt prank ich. Uch, der und Billy. Haha, ich bin unsichtbar. Ah, äh, Leute, der ist gar nicht unsichtbar. Hm, ich schock sie runter. Haha. Du kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. Wir sehen dich doch, Baby. Äh, Uch, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Sag das nicht, Junge. Wir sehen dich gar nicht. Äh, wo bist du? Hä? Hä? Hm, geprankt. Ah, geprankt, geprankt, geprankt. So ein lustiger Prank. Wow. Ich bin schon lustig. Ich bin schon lustig. Sag, dass ich lustig bin. Sag, dass ich lustig bin. Rück auf deine Seite. Okay, mach ich. Ey, schockst du mich nicht. Du bist so witzig. Leute, ihr habt einfach mitgespielt. Ja, du bist wirklich voll witzig. Du bist der witzigste Mensch, den ich kenne. Alter. Leute, lachen, lachen, lachen. Ey, lachen, lachen. Ey, du bist... Leute, Alter, das ist schlimm, Junge. Das ist schlimm, wenn ich nur krasse Rüstung kriege. Und der krasse, der macht uns doch immer One-Shot. Der ist so peh, Junge, mit seiner komischen Axt. Aber werden wir noch krassen Lut kriegen? Werden wir krassen Lut kriegen, Junge. Dann werden wir den... Was? Dann werden wir ihn zerstören. Leute, was ist das denn für ein Schwert? Schärfe 10, Band 10. Junge, das hat alle Verzauberungen mal 10. In der Hand. Eine Million Schaden. Leute, und wenn ich das ausrüste, dann kriege ich einfach die krassesten Effekte, die es gibt. Dann kriege ich die krassesten... Ey, siebenlucky, siebenlucky, siebenlucky. Okay, schau mal, was ich für Schäden habe gemacht. Hast du auch diese Schuhe bekommen? Äh, nee, hab ich nicht. Muss ich gleich noch kriegen, Junge. Ja, das ist so peh, Junge. Das macht eine Milliarde Schaden. Okay, damit wird er mich bestimmt nicht kriegen. Haha. Das Baby wird noch seine Rache bekommen. Ich sag's euch. Und jetzt öffnen wir weiter, denn älter, Uri ist weiter als ich, das Baby ist weiter als ich. Und... Das Baby ist auch weiter als ich. Ja, was ist los, Billy? Du, ich weiß nicht, was ich bekommen habe gerade eben. Was ist denn, Billy? Ja, was ist das denn? Was ist das? Ja, was hast du bekommen? Sag mal her. Er hat ein schönes Schwert bekommen. Was, schönes Schwert, das wir auch haben? Was ist das? Spaß, der hat voll Dirt bekommen, Junge. Das ist das schlechteste bekommen auf der ganzen Welt. Oh, ja. Nein, nein, ich hab... Was, Dirt? Gib mir schnell Dirt, lass alle in der Gruppe an, wo dann irgendwie Dirt bekommen. Billy, Billy, ich hab Dirt, ich rette dich, ich rette dich, ich rette dich, ich rette dich. Komm, Billy, komm her, komm her. Komm her, hier. Das ist ein verzaubertes Dirt, ich hab keine Ahnung, was das ist, aber das würde dich retten. Hm, zeig her, zeig her, was du bekommen hast. Du hast keine Beweise. Oh, Mann. Leider, leider hab ich nur ein Dirt bekommen. Haha, let's go, let's go, es hat geklappt, es hat geklappt, Billy, es hat geklappt. Hm, Dirt, ich hab gedacht, du hast mich angelogen. Du sagst wohl die Wahrheit. Okay, ich geb ihn auf meine Seite. Du bist nochmal ein Knappermann gekommen. Okay, komm. Hm, Handschlag, ich mach nur Handschlag mit Freunden, du bist nicht mein Freund. Äh, was? Junge, Alter, Billy, warum weißt du, Junge? Du willst doch nicht befreundet mit ihm sein, oder was? Niko, das ist das gelbige Baby. Alter, das kam grad sehr real rüber, ne? Alter, zum Lacki, natürlich spielt das Billy nur. Der ist doch nicht so lost, Alter. Hm, ich weiß ja nicht, Ucri, aber was ist das eigentlich? Hä? Alter, keine Ahnung, was das für Mist ist, brauche ich nicht, Leute. So, zack, wir gucken mal, was das Baby kriegt. Ich hab gesehen, das hat bisher noch nichts Schlechtes bekommen. Guck mal, Billy hat dann wieder Amboss auf seinen Kopf bekommen. Ja, aber zum Lacki, ich glaube, wir haben eine Chance gegen das Baby. Wir haben so krass Sachen. Ich glaube auch, zu dritt werden wir es auf jeden Fall schaffen. Guck mal, das Baby, Junge, das hat keine einzig schlechte Sache bekommen. Das hat alles manipuliert, ich sag's dir. Hm, okay, ich mach jetzt weiter mit meinen 100% Lacki-Blöcken und zack, weiter geht's. Hm, was ist denn das? Nichts rausgekommen. Äh, Leute, hä? Wie kann das sein? Baby hat's keinen Lack? Hä? Alter, irgendwas läuft hier schief, irgendwas läuft hier schief. Hm, bei schlechten Sachen krieg ich einfach gar nichts. Das ist mein Trick. Was? Ey, habst du es gehört? Junge, wenn der was Schlechtes kriegt, dann hat der so eingeschlecht, dass der einfach gar nichts kriegt. Weil, guck mal, stell dir vor, dann würde es TT spawnen oder so. Dann würde der draufgehen. Alter, was ist das denn für ein Hacker? Ja, was ist los, okay? Was ist los? Ja, eigentlich wollte ich sagen, vielleicht kann ich so hacken mit dem Command-Block, dass der beim nächsten Mal was nicht richtig bekommen. Alter, du kannst doch keinen Hacker besiegen, Alter. Der ist Hacker, Junge, den kannst du nicht besiegen. Wo ist der schon wieder hin, Leute? Ich frag mich, echt egal. Komm, wir öffnen hier wieder den... Oh, 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 oh! Wolle Schaufel, ich hab Wolle Schaufel bekommen! Und Leute, wisst ihr, was mir auch auffällt? Junge, das Baby tanzt einfach auf diesen Lacki-Blöcken. Was passiert hier? Ich mach einen TikTok-Tanz, glaube ich. Ich glaub auch, der macht wirklich TikTok-Tanz. So, dann hab ich einen OP-Bogen bekommen und ich färte ihn ja testen. Weißt du was? Ich werd jetzt an diesem Typen mein Schwert testen. Wie krass ist das? Und bam! Yo, yo! Alter, ich hab sogar Dings bekommen, ne? Krass. Ey, Leute, ich muss... Bekommst du auch schaden, wenn du dein Schwert benutzt? War, der krieg auch schaden, aber das ist guter Schaden. Ich glaub, das ist richtig OP. Alter, ich hab einfach... Du, ich hab Toten bekommen, Bidi. Ich hab Toten bekommen von diesem Typen. Aber ich störe die jetzt auch. Schnell weg von seiner Spur, sonst weckt er. Ich klau ihm noch irgendwas. Warum warst du auf meiner Spur? Wolltest du etwa meinen Lucky Block klauen? Äh, nein, wollte ich nicht. Ich wollte dir nur von diesen komischen Teilen befreien. Diesen Geistern, Alter. Ich wollte dir nur helfen. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Hm, ja, sind wir. Hä? Was? Oh, nein, Leute, ich will doch nicht. Junge, Alter, das ist voll komisch. Ich will nicht mit dem befreundet sein. Okay, zack. Was? Was ist das? Alter, was hast du bekommen, Bidi? Was hast du bekommen? Zeig mal. Nein, 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 das glaube ich. Bidi, zeig mal, Junge, mach mal diesen Plagenreis weg, Junge, der attackiert dich die ganze Zeit. Egal, Junge, guck mal, guck mal, ich zerstelle dich jetzt. Loll! Du hast den OP-Bogen bekommen. Oh, schau mal, nee, nee, das habe ich nicht bekommen. Das habe ich nicht bekommen. Bidi, ich habe was viel krasseres bekommen als du. Alles, was du bekommen hast, das, was ich bekommen habe, ist krass. Guck mal, was ich bekommen habe. Guck mal, was ich bekommen habe. Warte, ich komme zu dir hoch, okay? Okay, komm hoch, komm hoch, Bidi. Ich gehe jetzt im Lucky. Guck mal, guck mal, Bidi. Ein Zepter, Junge, das ist so krass. Was ist das denn? Was? Alter, das ist, das ist, schwarzes Loch, ist es, Bidi, das ist schwarzes Loch. Das steht, damit kannst du Leute einsaugen, Junge. Alter. Warte, soll ich dein Baby ausprobieren? Äh, nee, Bidi, das kannst du ja niemandem ausprobieren, denn das gehört jetzt mir. Oh, ich kann so... Okay, Spaß, Spaß, hier hast du's. Hier hast du's. Ehrenmann, dafür alle ein Like und ein Abo da lassen. Oh ja, Leute, ey, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Wenn ihr wollt, dass wir gegen das Baby das Battle gewinnen, kommt schon, Leute, lasst ein Abo und ein Like auf. Drei, zwei, eins und no, let's go. Okay, Leute, danke, ey, ihr wollt wirklich, dass wir gewinnen, ne? Werden wir auch, Junge, wir werden das komische Baby zerstören. Wo ist das eigentlich jetzt? Simlucky. Ja, was ist los, Uri? Schau mal, gib euch mal dem Baby. Alter. Ich verschwind wieder. Ich hab nämlich nichts zu tun. Flucht der Bindung. Also, du willst jetzt nicht etwas... Junge, wenn wir das dem Baby geben, dann kann es jetzt nicht mehr ausziehen. Okay, Leute, wissen Sie was, ich mach das, okay? Ich mach das nur für euch, okay? Wir pranken jetzt das Baby, aber ich hab doch drei Herzen, okay? Ich kann mir nehmen. Baby, soll ich denn ein Geschenk für dich? Ja, was geht ab, Baby, weil wir so gute Freunde sind, ne? Wollte ich mal sagen, du bist echt der Besten. Wir haben leider dir kein Weihnachtsgeschenk gemacht davor, deswegen wollte ich mich dafür nochmal entschuldigen, ne? Leute, checkt unbedingt das letzte Video aus, da. Da wurde zu weit ist ein Zerstörer, das blöde Baby. Aber deswegen wollte ich dir mal ein Weihnachtsgeschenk machen, okay? Oh ja, ich freu mich so gut. Gepp, 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 gepp. Äh, ja, entspann dich. Ja, guck mal, hier. Ja, es ist los, wenn du das anziehst, kann ich das nicht mehr ausziehen. Wow, eine Hose, oh Gott, die ist ja richtig stark. Danke, danke. Äh, ja, bitte, gar kein Problem. Die ist doch voll schön, jetzt musst du deinen Pampers mehr tragen. Hm, ja, ich hab sie angezogen. Ey, man sieht doch immer den Pampers, Junge, das ist einfach viel zu riesig. Hm, warte mal. Sieht ein bisschen klein, ich will die wieder ausziehen. Hm? Warum, warum klappt das nicht? Äh, oh, 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 oh. Äh, ja, ich glaub, du hast Pupsi reingemacht und deswegen geht's nicht mehr weg. Das Pupsi, das klebt an der Hose und an deinem Bein. Äh, ich mach kein Pupsi. Ich mach nie Pupsi. Babys machen kein Pupsi. Äh, warte mal, Babys machen Pupsi. Äh, ich hab so das Gefühl, du warst das, du wolltest mich pranken. Äh, warte mal, was? Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Wo auch immer du bist, Baby, tu es nicht. Tu es nicht. Nein, 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 bitte nicht, Baby. Ich werd dir jetzt deine Rache geben. Oh, der ist genau hinter mir. Äh, stopp, nein, bitte nicht. Waaah, komm her, Pats. Oh, Leute. Äh, sei lucky, neben zwei nur noch. Nein, das macht mich, stimmt, auch, hab ich das vergessen. Leute, okay, ich hab... Du bist verwundbar, ist lucky, als OP-Waffe. Ich bin wirklich verwundbar und, Junge. Äh, das Battle fängt das Spiel an, du. Okay, was du, okay, was du, okay, was du? Wir werden fast gebannt, ich hab auch nur noch zwei Leben, ihr beide nur noch ein Leben. Wir dürfen gar nicht mehr draufgehen, ich darf noch einmal draufgehen für den Lucky Block Race und dann zur Spendig-Band, zur Spendig-Band. Bis zum epischen Battle müssen wir das schaffen. Dann dürfen wir so oft draufgehen. Wir haben richtig OP-Sachen. Alter, Billy, das ist nicht OP. Junge, was für ein P. Unsere Rüstung ist gar nicht stark. Der macht uns trotzdem One-Shot. Der macht uns trotzdem One-Shot, Billy. Ich hab gesehen, du hast den Spittsackel. Hier, hab ich grad auch den Lucky Block bekommen. Hä? Was ist das, Billy? Komm mal runter, komm mal runter. Junge, was ist das? Alter, was ist das für ein Ding? Junge. Wir haben Lucky Block bekommen. Alter, ja, ich hab wirklich nichts mit dem Spittsackel, aber ich glaub, ich kann's abbauen. Ist okay. Yo, yo, was ist das? Was ist das, woraus mein Schwert besteht, was einfach 64.000 Schafe macht? Und wie soll ich... Junge, ich brauche eine Crafting-Band, um das zu craften. Kann gar nicht, Billy, geht nicht. Äh, 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 weißt du was? Findest du bestimmt nicht. Ja, ja, komm, ey, das ist wirklich gut. Den können wir vielleicht am Ende gebrauchen, craften, dass noch was krasses ist. Und jetzt, Leute, machen wir weiter mit uns Lucky Blocks. Let's... Junge, ich hab ne... Ich hab eine Pferderüstung bekommen, okay? Was hat der da bekommen? Nö, ich hab ne Rüstung... Ich hab ne Kiste bekommen. Eine Kiste? Oh, Leute! Alter, ich glaub, ich hab was richtig krasses bekommen. Warte mal. Äh, Junge, was steht da, Alter? Minus 30... Ich hab nichts Gutes bekommen. Minus 30 Geschwindigkeit, Fluch der Bindung und Langsamkeit. Da steht, Unnützfahrer... Äh, soll ich das wirklich machen? Okay, okay, wir behalten das, aber das dürfen wir auf jeden Fall selber nicht anziehen. Nee, ganz, ganz richtig. Ey, was ist los? Ich hab den beiden alten Bogen... Was ist los? Ey, zeig mal, zeig mal her! Ey, danke, Billy, Ehrenmann! Das ist mein alter Bogen und hier sind die Pfeile. Oh, ja, ich hab auch schon Pfeile. Ich hab schon Pfeile bekommen. Ja, am Schluss, wir wären gegen den Team, Leute. Loll, lol! Was ist das denn? Alter, Baby, äh, warum versteckst du dich hier? Hm, der sieht mich nicht! Äh, ich seh dich, Baby. Hey! Nein, 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 du sollst ihn nicht sehen. Äh, stimmt, ich muss immer mitspielen. Ich glaub, ich glaub, der will verstecken oder so spielen. Ist ja ein Baby. Hm, ja, hä, ich frag mich, wo ist das Baby? Ich hab's so lange nicht mehr gesehen. Äh, Baby, hallo, wo bist du gerade? Äh, ich weiß es nicht. Baby, wo bist du? Ja, Baby. Oh, du, der macht so immer One-Shot. Wir müssen echt außer werden. Ich bring das Baby über mich zu lachen. Die wissen doch, die müssen immer gerne gucken. Hier bin ich, hier bin ich, haha! Und jetzt versteck ich mich nochmal! Ey! Junge, du hast mich runtergeschubst! Obwohl, äh, Spaß, ey, ich hab voll Bock gemacht, hier runter zu fliegen. Äh, Junge, wie bringst du das zum Lachen, Okri? Wie willst du das zum Lachen bringen? Was redest du da? Oh, hier, hier, hier. Warte mal, ich komm hoch, ich komm hoch, Okri, komm hoch. Hm, okay, wir spielen nochmal verstecken. Schau mal hinter dir und jetzt... Hm, rasten! Schau mal hinter dir. Guck, guck! Ey, haha, voll winzelt, voll winzelt. Mach nochmal, mach nochmal. Hä, Alter, äh... Junge. Okay. Du schnittst einfach gerade mit dem... Ey, nicht du, du bist nicht winzelt. Weg mit dir! Alter, aber... Billy, Alter, zum Billy in Ruhe. Okay, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter, ne? Ich mach mal ganz kurz hier diese Verbindung weg. Hm, warum machst du das weg? Ich will doch immer auf deine Seite gehen. Äh, nee, nee, muss ja alles fair sein. Oh, nee, Spaß. Ey, ja, 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 alles gut. Du kannst wieder auf deine... Guck mal, ich baue das wieder hin. Guck, wieder hingebaut. Denkst du, das Baby mag Witze? Ey, Junge, mach keinen Billy-Witz, okay? Ey, stopp! Also, Baby, was haben zwei Püße gemeinsam? Oh nein, Billy, was machst du da? Hm, zwei Püße? Weiß ich nicht, Püße, äh, die sind... Die stinken beide, oh ja, haha. Nein, nein, nein. Was? Die Antwort ist, die kommt beide aus dem Popo. Boah, Billy! Hm, der wird halt mir gefallen, Billy, ich kenne dich. Oh mein, Billy. Ah nein, bitte, ich will ja noch mal hin. Billy, mach schnell, es war's komplett. Mach schnell, Baby, witz, mach schnell, Baby, witz. Baby, witz. Oh, warte mal, du hast dich in den verwandelt. Hä? Was hast du denn gemacht, Billy? Hm, wo ist der hin? Wo ist der hin? Was ist jetzt? Hä, Billy? Du versteck mich, Freunde. Ja, versteck dich da, versteck dich da. Hm, ich sehe ihn gar nicht mehr. Aber das ist auch nicht unsichtbar. Schau mal hier, rote Blöcke, vielleicht kannst du damit was gut craften. Alter, danke. Ich ziehe deine Rüstung aus, okay? Nö. Ja, zieh deine Rüstung, zieh alles aus, mach dich unsichtbar schnell. Hm, was ist das denn? Oh, ganz viel Lockerblock. Oh nein, wow. Äh, stimmt, ich darf ja nicht auf seine Seite. Hier ist alles manipuliert, schnell wieder weg. Alter, haben Sie gesehen? Der hat das alles manipuliert? Guck mal, da sind direkt Creeper rausgekommen. Ey, du hast es geschafft, Billy, du hast es geschafft. Ich bin fast oben, ich bin fast oben. Hä, was? Alter, ich habe es gesehen, Billy, du bist der krassigste Junge. Du hast ein Aufplate, Alter. Du hast Baby Aufplate. Hä? Was? Was, Billy, was? Du, nein, nein, ich hatte so Glück. Hä? Was? Was hast du denn bekommen? Ey, Billy, nicht draufgehen. Du bist gerade fast draufgegangen. Dann wärst du von Uri. Seit Uri City wärst du gebannt worden, Billy. Ich zeig es dir, okay? Zeig mal her. Aber geh nicht auf seine Seite. Geh nicht auf. Oh ja. Irgendwann fällt es gleich runter, Billy. Weißt du was? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein schwarzes Loch, einfach Erz. Daraus kann ich mir safe auch Rüstung craften. Jetzt baue ich den mal kurz ab, so, Leute. Boom, wir müssen noch krasser sein. So, Lacky, schau mal hier. Guck. Wieder nur Blödsinn. Oh, was ist das? Oh, 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 Lacky, hier. Lol, ich habe voll das. Der hat das Schwert getroppt. Hä? Alter. Hier. Zeig mal her, Billy, was ist das? Was ist das? Was? Ey, Billy, das ist dasselbe Schwert, nur der hat das selbe Schwert, nur in einer Axt. Das ist die zweite Version als Schwert. Du weißt, was das ist, als ich war den Träsch. Schau, was ich habe. Schau, was ich habe. Billy, ich habe sie mir gegeben. Ich habe die hier. Zeig mal her. Ist das auch gut? Leute, das sieht auch richtig krass aus. Du, das ist irgendwie so eine Axt. Ey, nimm bei, ne? Wir können Totem mit die Hand nehmen. Da können wir nicht draufgehen. Da macht ihr uns nicht One-Shot. Das ist geheimtakt. Oh, stimmt. Ich muss irgendwie Totes bekommen. Ganz wichtig. Hm, wo überredet ihr dort? Warum schließt ihr mich aus? Äh, Leute, ich glaube, dem ist aufgefallen, dass wir geheimische Pläne geschmiedet haben. Äh, gar nicht gut. Äh, gar nichts, gar nichts. Wir reden über nichts Besonderes. Hm, will ich auch hoffen. Jetzt gehen alle wieder auf eure Treppen. Äh, Leute, ganz schnell, ganz schnell. Gehen auf eure Treppen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, nimm das. Das steht aus meiner Rüstung. Hier, nimm das. Oh, danke, danke, Leute. Das können wir hier rübergehen, Alter. Hier, Totems, Junge. Jo, jo, jo. Da haben wir ein extra Leben sozusagen. Kuss, Uckring, Kuss, Alter. Kuss, Junge. Kuss auf los, Junge. Jetzt haben wir vier Totes, ey. Richtig OP, Alter. Billy, aufpassen, aufpassen. Ah, ah, alles gut. Alter, das war knapp. Okay, wir bauen jetzt die Blöcke weiter ab. Und Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es wirklich gleich geschafft. Ey, ich habe Redstone bekommen. Let's go. Redstone. Aber was bringt mir jetzt gerade nichts? Was ist das hier? Hä? Irgendein roter, krasser Apfel. Ey, wir sind fast oben. Lass uns beeilen. No, was ist das denn für ein OP-Apfel? Ey, das ist, glaube ich, noch krasser. Das ist, glaube ich, noch krasser. Junge, ich habe... Das ist ultra-OP. So, warte mal. Ey, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Oh nein, oh nein, oh nein. Irgend so ein blöder Typ, Junge, hier. Ey, aber den kill ich jetzt nicht mal. Den kill ich jetzt nicht mal komplett. Baby, Billy. Ey, was? Das ist Baby, Billy? Junge, war das Baby? Ja. Vielleicht wenn... Vielleicht wird das Baby und er Freunde. Junge, vor... Ey, warte mal. Billy, ich kill den unten da jetzt. Guck mal, wenn ich das überlebe. Ich habe es überlebt. Was? Junge, wie viel Leben habe ich? So, Lucky, denkst du, dass die geile Baby wird ein Freund mit Billy? Äh, ja, ich glaube schon. Ich habe wieder einen Toten bekommen. Richtig gut. Ey, das ist gut. Ich habe mich gekillt. Ey, Leute, beide müssen fast oben. Ja, komm, schnell nach oben, schnell nach oben. Ey, hier sind die ganzen Mobs, die hier runterfallen. Alter, das war voll knapp. Aber ich überlebe das nicht. Ich springe runter. Guck mal, ich habe einfach so extra Rüstung gerade bekommen. Richtig OP. Warte mal, das Baby ist auch fast oben. Ich bin schon fast oben und ihr seid nicht so weit wie ich. Oh nein, Leute. Das ist ganz oben. Wir müssen auch schnell nach oben. Wir müssen Erste sein als Stars, Baby. Ja, Beeilung, schnell. Let's go. Komm schon. Ey, ich werde jetzt ganz schnell das hier abbauen. So, boom, batz und Kiste. Ich werde nur blödes Zeug raus. Haha, verdient. Ich habe viel bessere Sachen als du. Junge, was hat das schon... Das war schon für einen krassen Bogen, Junge. Warum... Der letzte finale Block zum Lacky Show. LoL, LoL, Uckrey. Ich habe wieder irgendeine krasse Melone bekommen. LoL, hier, finaler Block. Warte mal, was ist das denn für ein Mist? Junge, ich wollte was Besseres. Hä, habt ihr die Zeit bemerkt? Was meint das? Junge, hat sich jetzt mal die Zeit geändert? Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Egal, Leute. Wir machen jetzt mit unserem finalen Block weiter. Uckrey, hast du was Gutes bekommen aus dem finalen Block? Ja, macht es richtig Gutes, dieses Schwert, was mir jetzt die ganze Zeit macht. LoL, ey. Ja, meinst du machst mir auch die Erscheine. Du hast aber ein bisschen anderes als ich. Und was kriege ich raus? LoL, Ender Eye, Ender Eye. Richtig krass. Alter, Leute, wir haben eigentlich einen richtig guten Blut bekommen, ne? Wisst ihr was? Wir können uns jetzt ausrüsten mit diesem ganzen Blut und müssen dann gegen das Baby kämpfen. So, meine Freunde, ich bin fertig. Seid ihr auch schon fertig? Klaro. Nein, sind wir nicht. Leute, das war für schnell. Junge, wir sind schon fertig. Du musst der Erste sein. Babys möchten die Ersten sein. Wie, Babys müssen die Ersten sein? Oh, ja, stimmt, stimmt, wir möchten immer die Ersten sein. Hey, du warst wirklich Erster. Du warst so viel schneller als wir. Wir waren auf keinen Fall Erster. Oh, ja, weil ihr richtige Noobs seid, ihr Vollversager. Oh, mein Gott. Also, ja, du hast recht. Ja, du hast wirklich recht. Die sind so schlecht, Junge. Du warst auf jeden Fall Erster. Junge, wir waren einfach viel früher als der da, Uckrey. Zum Lucky, ganz ehrlich, keine Gnade jetzt mit dem Baby. Ich werde jetzt mal alles, was in der Macht steht, ihn komplett betriegen. Okay, davor, Junge, wir müssen erst mal Eventar sortieren. Aber bevor wir das machen, okay, ich mache ein bisschen Manipulation. Ey, schau mal, Baby, ich bin so nett zu dir, dass ich ein Drachenei schenke. Ist das nicht toll? Wow, danke, du bist der Beste. Ich werde es direkt abbauen. Warte mal, das kann man nicht abbauen. Oh, nein. Oh, nein. Nicht, dass es sauber wird. Du hast mein Drachenei geklaut. Nein, 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 stopp. Oh, nein, Leute, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Das ist da runtergefallen. Das teleportiert sich immer, wenn man das abbaut. Hm, sicher? Du hast es doch bestimmt irgendwie verhängt oder so. Oh, nein, sowas würde ich niemals machen. Das macht es ja doch mal selber. Ich lege schon den Speer hier. Danke, Alter, was ist das denn? Yo, yo. Aber ich habe schon so ein rotes, Alter. Ich habe schon so, das kann U-Krie haben. Hier, du kannst es blau haben. Ich will das rote haben. Also, Leute, wir starten jetzt gleich mit dem Battle gegen das gelbe Baby. Aber bevor wir das machen, Junge, erst mal Eventar sortieren, okay? Ganz, ganz schnell. Wir müssen das krasseste ausrüsten. Leute, ey, Billy, komm mal zu uns. Komm mal in unsere Ecke, Junge. Was machst du da alleine? Das ist doch, ich dachte, ich soll jeder in eine andere Ecke. Nein, Billy, wir teamen doch gegeneinander gegen das Baby. Ja, du hast recht. Ihr misst teamen, weil ihr schlecht seid. Ich bin das beste Baby der Welt. Das beste Baby der Welt. Deswegen werde ich euch alle besiegen und vernichten. Ich bin so OP-stark. Ey, es geht doch nicht los. Ich muss erst mal mein Eventar sozieren, dann werde ich euch alle drei auslöschen. Haha. Ey, der denkt doch nicht wirklich, dass der uns auslöschen kann. Leute, Teambesprechung. Okay, wir müssen jetzt all unsere ganzen Items austauschen und zeigen, was wir haben. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Alter, er ist mir schon bei der Rüstung, die ist die krasse von allen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, auch sogar solche Äpfel. Ey, okay, wir teilen alles, okay? Alles teilen, Leute, damit jeder was krasses hat. Oh, hier, ich habe ganz coole Äpfel. Er hat dir vielleicht noch Rüstung, weil meine Rüstung, der hat mich da mit One-Shot gemacht. Die ist gar nicht gut. Die ist gar nicht gut, Leute, meine Rüstung. Okay, Leute, ich habe die jetzt runtergeschmissen. Leute, ich brauche Rüstung. Hat einer von euch bisschen Rüstung für mich, weil die war nicht mehr verzaubert. Die war gar nicht gut. Ich habe hier noch meinen Helm, damit tränke ich das gleich. Was ist das hier eigentlich? Rote Karotte? Ey, ich bin lucky, Junge. Hier, die beste Rüstung aller Zeiten. Ich habe nur die, mehr habe ich nicht, Alter. Was ist das denn? Ey, Billy, hast du vielleicht ein bisschen bessere Rüstung, ne? Ich brauche krasse Rüstung, Alter. Ich brauche richtig gute Rüstung. Wow, ey, die ist aber auch schon krass, ne? Ich glaube, die ist besser als meine, die ich hatte, ne? Boah. Nee, habe ich nicht. Zeig mal her. Zeig mal her, ob ich habe Rüstung. Ich habe noch eine Rüstung. Vielleicht ist die besser, Junge. Das ist diese Void-Rüstung. Ich glaube, das ist die beste Rüstung. Alter, wie sieht die denn aus? Leute, wir starten jetzt mit dem Battle. Ich habe mir jetzt diese Void-Rüstung angezogen. Junge, sieht die krass aus. Und ich habe mir schon alles so recht gelegt. Schaut mal, bam, tot im Reihen. Ess die Drogen. Äpfel hier. Ich habe noch was für dich. Hör, was denn, was denn? Zeig mal her. Schweintränke. Oh yeah, schau dir das mal an. Äh, was ist das denn? Den einen kannst du auf das Baby werfen und den anderen kannst du selber trinken. Jo, was ist das für ein... Was ist das für ein... Guck mal hier, ich habe ein Ninoslucky-Bäuschen. Ich werfe es aufs Baby schon mal. Boom. Ey, Brad hat das gar nichts gebracht. Okay, aber guck mal, was ist das für ein krasser Trank? Langsamkeit. Junge, was sind das für Effekte? Alles schadensnegative Effekte. Und das sind die krassesten Effekte. Okay, Leute, wisst ihr was? Das Battle kann ja gleich losgehen. Aber davor, esst mal jetzt alles, was ihr habt, damit wir richtig krass ausgerüstet sind. Du hast recht. Das machen wir jetzt, Leute. Aha, ich bin schon fast fertig. Und jetzt wird es Zeit zu spielen. Oh nein, das ist fast fertig, Leute. Esst alles schnell. Alles essen. Alles essen. Alles intus reingeben. Junge, Alter. Ich werde mich abgeschossen, Junge. Ich glaube, das schießt schon. Hey, es geht doch gar nicht los, Junge. Warum schießt du schon auf und... Das war nur ein Warnschutz. Leute, wir teilen uns auf. Einer geht von links, einer von rechts, einer in der Mitte, Leute. Ich gehe von rechts. Let's go, Leute. Wir kriegen den. Wow. Oh nein, ich kriege viel Schaden. Ich muss schnell einen Apfel oder so essen. Haha, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Hey, Junge, Alter. Fress meinen Bogen, Junge. Wir sehen dich auf jeden Fall noch. Ich treffe ihn safe, Junge. Bam, der kann hier nicht kommen. Da, da, da. Wo ist der? Wo ist der? Lass mich nicht. Ey, ey, wo ist der denn nur, Junge? Ich sehe den gar nicht. Wow, Leute, ich sehe ihn. Er ist genau dort vorne. Er ist genau dort vorne. Und wisst ihr was? Ey, bleib, bleib, bleib stehen. Ey, der will mich kriegen. Der will mich kriegen. Ey, rennt immer weg. Immer im Kreislauf. Immer im Kreislauf. Wenn ihr uns einmal mit der Axt erwischen, wir da... Mein Spieler. Der muss nur einmal stehen bleiben. Und dann werfe ich ihn ab mit der Poison. Was tut ihm, Junge? Das muss er sich gerade aktivieren. Junge, Alter, Aua. Ich bin hier der im schwarzen Anzug. Alter, wir müssen ihn kriegen. Da vorne ist er. Ich hoffe, der bleibt stehen. Der muss stehen bleiben. Ich kriege euch. Haha, ihr könnt mich nicht kriegen. Schaut mal, ich schieße euch nur ab. Okay, ich habe einen Hacker ab für mich. Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Ich sehe jetzt meine Rüstung aus. Zack, 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 zack. Und jetzt werde ich ihn einfach wegwerfen, weil der ist gerade stehen geblieben. Let's go. Guck mal. Ey, Leute, der schießt euch die ganze Zeit ab. Aber der sieht mich gar nicht. Haha, let's go. Ey, ihr wisst ihr was? Wir werfen jetzt ab mit der Poison. Und let's go. Boom. Wow. Alter, habe ich ihn hier gerade weggeboostet? Jo, ihr habt bestimmt richtig krassen Effekte bekommen. Oh nein. Ich habe irgendwelche komischen Effekte bekommen. Was ist das? Macht das weg von mir. Macht das weg von mir. Hecker Apfel. Let's go. Alter, was ist das für ein Apfel? Junge, was ist das für ein Apfel? Hecker Apfel? Warte mal, ich esse ihn. Ich esse ihn. Putz. Boom. Yo. Alter, Uri, was war das für ein Apfel, Junge? Was war das für ein Apfel? Ich habe Apfel auf der ganzen Welt. Alter, du hast mich blind gemacht, Uri. Du Ehrenloser. Aber warte mal, ich bin nicht mehr lange blind. Ich bin nicht mehr lange blind. Yo. Alter, Leute. Äh, Baby. Wo bist du, Baby? Wo bist du? Oh ja, trau dich nur her. Da bist du ja. Da bist du ja. Weißt du was? Junge, ich krieg dich jetzt. Boom, Leute, guck mal, wie schnell ich bin. Ich bin der Flash. Leute, was geht hier ab? Junge, ich krieg dich jetzt, Alter, Baby. Ey, du kannst mir nicht in den Kopf. Und boom, Junge. Putz. Oh nein, das hat weh. Ich werde mich rächen mit meiner Axt. Kommt her, Mann. Oh nein, Leute. Renn weg. Renn weg. Oh nein, meine Rüste ist kaputt gegangen. Oh nein. Oh nein, Uri. Bitte. Nicht drauf gehen. Ey, ich werde ihn kriegen. Ich bin zu schnell, Leute. Ich bin zu schnell. Ich habe mich hier bewegen. Nein. Nein, Uri. Der hat Uri gekillt. Oh nein, Uri ist laut. Er hat ihn gekillt. Er hat ihn gekillt. Und wo ist der denn jetzt? Wo ist der, Alter? Der ist ganz aussichtbar. Junge, oh, Billy, ich bin genau hier vorne. Ich bin das tot in mir. Ich bin das tot in mir. Alter, Billy, du weißt, was das heißt, wenn wir ihn jetzt nicht besiegen. Dann war es das mit Uri. Dann war es das komplett mit Uri. Das war es dann. Komm, wir besiegen ihn jetzt mit Uri. Wo ist der? Wo ist der, Alter? Alter, da vorne ist der. Bam. Bam, wir schießen den ab, Junge. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Boom, boom, Junge. Was ist denn da nicht hin? Was ist der? Bam, bam. Alter, was geht hier jetzt ab? Mega leck, mega leck, Leute. Nein. Ihr werdet mich niemals kriegen. Haha, ich bin immer noch am Leben. Und jetzt esse ich meine Karotte. Haha. Oh nein, Billy, ich esse jetzt nochmal alles und werde es richtig schaffen. Junge, der schießt mich den ganzen Tag ab. Und dann helfe ich dir auch. Der Uruss, Junge, ist noch voll. Was? Nein, Billy, Billy. Billy, auffassen. Tot im Reihen, tot im Reihen, Billy. Er ist tot im Reihen. Nein. Leute, ich bin als letztes übrig und ich muss es schaffen. Sonst werden wir alle von Sepp-U-Kressiti gemacht. Und da hinten ist er. Junge, ich kriege dich jetzt. Ich werde dich besiegen. Ich werde dich besiegen. Komm mir nicht zu nah, Junge. Ich kriege dich mit meinem Bogen. Boom, 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 boom. Haha, auja. Hey, was machst du jetzt, Alter? Ja, ja. Ey, der hat überlebt, Leute. Warum ist der so stark? Ich muss den kriegen und nicht, dass er mich gleich attackiert und ich draufgehe. Auja, ich kriege dich jetzt. Haha, mit meiner Axt. Oh nein, 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 nein. Ich muss, ich muss. Oh, Goldäffel. Goldäffel rein. Goldäffel rein. Junge, der war richtig fit Damage. Der war richtig fit Damage. Okay, zack, 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 bam. Reiner, reiner. Oh nein, alle Goldäffel weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Haha, renn nicht so weg. Ich habe schon deine Freunde erlängt. Jetzt erlebe ich dich auch. Nein, nein. Du wirst es nicht schaffen. Bam, fress meinen Bogen, Alter. Ja, hm. Renn nur weg. Haha. Hm, dein Bogen macht echt damage. Aber wie schmeckt meiner. Hä, was, Junge, Alter? Schack ist der. Du Batz. Fress das. Boom, Junge. Bam. Hä, Alter. Was? Der ist schon wieder teleportiert. Was ist denn los mit dem Typen? Leute, ich fress wieder einen Apfel. Ich fress wieder einen Apfel, Junge. Ich fress den jetzt. Und das wird sein letztes Mal sein, dass er auf mich schießt. Er schießt mir die ganze Zeit mit seinem Bogen. Haha, du kannst mir nicht zu nahe kommen. Bist du sicher, Junge? Ich mache mich nicht unsichtbar. Und dann kriege ich dich. Leute, wir können nicht zulassen, dass die alle vom Server... Das reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt. Bam. Bam. Fress das, Junge. Ich habe auch einen Bogen im Winter. Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Bam. Bam. Und ich kann auch so aufs Schießen. Zack, Leute. Wir dürfen nicht zulassen, dass Uri und Billy alle gebannt werden vom Server. Und ich hier. Junge, nee. Es reicht mir. Es reicht mir. Bam. Boom. Du kriegst mich nicht, Junge. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, Alter. Du... Hey. Was geht mit dem ab? Leute, der ist teleportiert. Das heißt, ich kann ihn jetzt kriegen. Ich kann ihn jetzt kriegen. Bots. Boom, Junge. Ich kriege dich jetzt. Wo ist der? Leute. Ich spieg die ganze Zeit rum. Ja, wie gefällt dir das? Leute. Ich habe ihn bekommen. Let's go, Leute. Ich habe ihn erledigt. Nein, ich habe ihn nicht erledigt. Aber deine Rüstung ist weg. Haha. Was machst du jetzt? Du hast keine Rüstung mehr. Jetzt rennst du weg, oder was? Wir können über alles reden. Haha. Doch, nee. Ich krieg dich noch. Und ich werde es jetzt kriegen. Ich habe noch ganz viele Items. Aber, Leute. Ich habe keine Rüstung mehr. Oh, nein. Das heißt, das ist jetzt ein episches 1 versus 1. Ich werde es noch kriegen. Wieder mit deinem Bogen, ne? Wieder mit deinem Bogen. Aber du siehst mich jetzt nicht mehr. Du siehst mich jetzt nicht mehr. Wo bin ich? Hier bin ich. Boom. Leute. Ich habe es erledigt. Ich habe es geschafft. Ich habe das Baby erledigt. Und damit haben wir Sam O'Kristini erledigt. Ich hoffe, das Baby kommt nicht zurück. So wie beim letzten Mal. Und wir haben es endlich geschafft. Wir haben das Baby erledigt. Ja. Warte mal. Ich bin erledigt. Let's go. Warte. Bin ich hier erledigt? Ja. Let's go. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Ich bin der Beste. Hey. O'Kristini auch am Schatten. Ich wurde im Bande. Ja. Perfekt, Leute. Wir haben es geschafft. Lasst ein Abo und Liked. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Falls ihr solche coolen Videos nicht verpassen wollt. Und jetzt, Leute. Drückt schnell aufs nächste Video dort oben. Schnell, Leute. Drückt aufs nächste Video. Schau, schau, Leute. Ihr seid die Besten. Wir haben das Baby besiegt. Wow, Ucri. Schau dir mal an, wie cool unsere Lucky Blöcke aussehen. Die sehen echt richtig cool aus. Aber wer ist das nochmal auf den Lucky Blöcken? Kennst du den nicht? Das ist der gruselige Zahnarzt aus Roblox, Ucri. Äh. Warte mal. Sieht der vielleicht zufälligerweise so aus wie der hinter dir? Äh. Was meinst du? Äh. Wollen wir die Zähne putzen? Äh. Nein, 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 nein. Keine Zähne putzen, gruseliger Zahnarzt. Oh, Mann. Was treibst du denn hier? Ich möchte die Zähne putzen oder Lucky Block Race mit dir machen. Hm? Lucky Block Race? Äh. Ucri, Junge. Was treibt der hier? Hast du denn hierher gelockt? Nee, hab ich nicht zum Lucky. Ey, ihr wisst ja noch, Leute. Falls ihr es nicht gesehen habt, drückt jetzt auf die letzte Folge. Dort haben wir einfach ein sicheres Haus-Battle gemacht gegen den gruseligen Zahnarzt. Das war so krass. Na gut, wir machen so. Wenn ihr gegen mich gewinnt, dann werde ich euch freilassen. Aber wenn nicht, dann werde ich euch die Zähne putzen. Okay, okay, können wir machen. Bitte nicht mit dieser Zahnbürste putzen. Alter, guck dir die an, Jungs. Die hat einfach richtig krasse Stacheln, Alter. Nein, 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 nein. Okay, okay. Pass auf. Äh, und Leute, wenn wir dreimal draufgehen, wir haben insgesamt nur drei Herzen, dann werden wir aus dem Ucri City gebannt. Deswegen dürfen wir auf allen Fall nicht verlieren. Oh, ja. Also am Schluss werden wir mit den ganzen Items, die wir bekommen haben, gegen den Campion. Ein episches Battle machen. Alter, wir werden dich jetzt besiegen und dann wirst du für immer aus dem Ucri City gebannt. Okay? Und dann kommst du nicht nochmal wieder. Das fühlt ihr sich, ja? Hä? Jungs, es sind auf einmal zwei Sachen in deiner Hand. Ja, ja, alles gut. Wir können das Lucky Block Race machen. Okay? Guck mal, da sind ganz viele Süßigkeiten bei deinem Lucky Block Race. Geht aber weiter. Ich kann nicht lieben. Guck mal, ein Zahnarzt der Süßigkeiten liebt. Guck mal, das ist kein normaler Zahnarzt. Guck mal deine Zähne an, Alter. Oh, ja, die Zähne sehen richtig gruselig aus. Und der hat auch solche roten Augen. Das ist wirklich kein normaler Zahnarzt. Ey, Ucri, wir müssen jetzt gegen den Gewinn, sonst werden wir aus dem Ucri City gebannt. Deswegen öffne ich sofort den Ersten. Lucky Block. Ich habe auch drei, zwei, eins, let's go. Stopp, stopp, stopp. Etergesandt beginnt. Dafür werden die jetzt nicht verlieren. Ey, nein. Was? Ey, du hast dein erstes Herz verloren. Ey, Ucri hat er auch gleich. Ey, guck mal, was ich für Blöcke bekommen habe. Damit baue ich dich zu, Alter. Ey? Das ist unzestörbar. So, ey, ich komme her. Ey, ich glaube, das war es mit dir. Ey, der will sagen, wann es anfängt. Warum bestimmst du hier die Regeln? Was soll das denn werden? Oh, lass mich in Ruhe. Das war es mit dir. Und wer nur zwei Herzen kann ich... Ey, mit der Hoffnung zu drücken. Auf drei geht's los. Auf drei, zwei, eins und los. Okay, let's go. Was hat der bekommen, Junge? Das ist hier richtig. Ich bin'sack. Aber... Ich habe die Glocke manipuliert, dass bei meiner Seite nur krasse Sachen draufkommen. Was? Alter, hörst du das, Ukri? Was ist denn mit dem los, Junge? Das ist ja richtig ehrenlos. Das heißt, wir haben gar keinen Lach und der hat übelst Glück bei seinen Lucky Blöcken. Und schau mal, Ukri, was ich bekommen habe. Junge, einfach so einen roten, enchanteten Apfel. Das passt einfach komplett zu mir, Leute. Ich esse mal. Ey, lass es weiter öffnen. Ey, was geht denn jetzt? Ey, wo bist du? Hä? Hey, wo bist du hin? Ukri, ich bin unsinnbar. Weißt du, was ich prankte jetzt? Ey, das ist was? Ich pikse den selben Puppe und... Puppe. Das ist mein Puppe. Let's go. Ja, das hast du davon. Leute, er kann mich einfach nicht sehen, okay? Das ist gut. Du hast mit deiner eigenen Zeilenbürste in den Puppe geschaut. Das warst du selber. Ja, das war wirklich du selber. Ey, du bist blind, Junge. Zieh mal deine Brille auf. Die ist niemals angezogen. Ey, roter Typ. Willst du mal was sehen? Äh, wie war's denn? Ne, ich bin grad auf Trat. Ich bin grad... Ich kann dir zeigen, wie du direkt gebannt wirst von deinem Ukri City. Fast, Junge. Der will mich doch zweimal killen. Dann bin ich gebannt. Wir haben zwei Herzchen. Nein, nein, eine andere Variante. Nimm das und ess das. Was ist das denn? Ey, nein, das werde ich ganz sicher nicht essen. Hier, das kannst du haben. Kannst du haben, Junge. Das ess ich. Dann sollst du einen Bluff reinpassen. Der erste Star ist, hat er auf jeden Fall gewonnen. Ja, ja. Ey, der will dir... Ukri, ess das nicht, was der dir gibt. Der gibt dir irgendeinen Giftapfel oder so. Das ist ein richtig guter, leckerer Apfel. Ja, den will ich eigentlich nicht so gerne essen. Zeig den mal her. Hier, nimm den. Komm mal, Leute. Nimm den, was da drauf steht. Wir schauen auch mal, was da steht. Ey, Ukri, zeig mal her. Warum steht da, dass ich gebannt werde? Hä? Was? Ey, zeig mal her, Ukri, zeig mal her. Zeig mal her, gib mal den Apfel. Ey, Uri, das ist wirklich ein Hacker. Wo bist du überhaupt? Ich bin genau neben dir, Ukri. Ich bin hier. Ukri, ich bin hier. Gib mal den Apfel her. Okay, hier. Ey, warte mal. Nimm das, nimm das. Äh, verbotene Apfel. Du bist gebannt. Wenn du den isst, wirst du gebannt. Ey, der wollte das für den Essen. Das ist bei Amazon bestellt. Ja, der hat das wirklich. Das sind verbotene Items aus Amazon, Junge. Ey, kannst du selber haben. Ess den jetzt hier. Ey, Leute, zum Glückwunsch. Der Typ ist ein Apfel. Äh, warte mal. Wo ist der hin, Freunde? Ich glaube, wir haben... Wir haben... Wir sind frei. Ihr dürftet doch nicht wirklich, dass das ein schlechter Apfel ist. Ich bin super OP. Nee, schau mal, wie schnell ich bin. Ich bin und ich bin sogar... Äh, was? Alter, wie krass ist der denn? Leute, öffnet eure Lucky Blöcke. Wir müssen das erste. Ja, okay, komm, 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 schnell, schnell, schnell. Wie geht's? Ukri in den Popo. Bitte nicht. Alter, lass Ukri in Ruhe. Ey, Leute, ich hab einfach so einen Kopf bekommen und jetzt die Effizienz und Buch und Papier. Ich muss bessere Items kriegen. Okay, ich würde sagen, wir fangen sofort... Ah, was hab ich bekommen? Was ist das? Glück des Meeres? 1337. Okay, das hat aber nur ein HP. Da muss ich aufpassen. So, wisst ihr was? Ich baue direkt den nächsten ab. Ich glaube, ihr habt irgendeinen krassen Effekt bekommen. Leute, let's go. Weiter geht's. Und Redstone Earth. Leute, wir müssen besseren Loot kriegen. Warum kriegen wir keinen guten... Oh, Ukri. Alter, ich wollte gerade sagen, ich will besseren Loot kriegen. Rat mal, was ich bekommen hab, Ukri. Rat mal, was ich bekommen hab. Alter, du weißt gar nicht, was ich gerade bekommen hab. Die krasse Loot aller Zeiten. Ich komme mal zu dir. Ich komme mal zu dir. Guck mal, wie meine Hand. Das sind Voidboots, Digga. Das sind Voidstiefel. Tausend Angriffschaden. Junge, wie krass sind die Leute? Boah, die sind sowas für eine P. Wow, die sehen doch mal richtig heftig aus. Aber so lange, ich hab viel krassere Sachen. Hättest du die auch? Guck mal, hier ist so eine richtig krasse Axt. Schau mal hier. Was? Mit so einem richtig krassen roten Bogen. Ey, Ukri, aber das ist nicht so krass wert. Wie das hier? Ukri, das ist nicht so krass wie das, was der Zahnarzt hat. Der hat noch viel heftigere Items, Junge. Der hat seine komische Zahnbürste. Ich muss das probieren. Ich hab was richtig krasses bekommen. Was ist das denn, Junge? Ey, hörst du schießen. Das ist ein richtig krasser Bogen. Was ist das denn, Leute? Wie schnell kann der bitte sehr schießen? Der ist ja richtig cool. Ey, du blöder Zahnarzt. Schau mal. Guck mal, wie weit hinten du bist. Wir sind schon viel weiter. Das heißt, wir werden gewinnen. Du hast mich blöd genannt. Nein, nein. Ich meinte, du bist der beste Zahnarzt. Ey, Leute. Ich bin draufgegangen. Nein. Ich bin draufgegangen. Ukri. Noch ein Herz. Ein Herz. Alter. Du hast mir aus der Ukri City gebannt. Das ist gar nicht gut. Es tut mir leid, Zahnarzt. Ich bin nicht gebannt. Na gut, ich verschone dich noch. Okay, okay, okay. Ey, Junge, warum lacht der so komisch? Kein einziges Mal mehr draufgegen. Kein einziges Mal mehr draufgegen. Ganz wichtig. Ich bin abdich schon überholt. Was? Leute, warum spricht der eigentlich so komisch? Seine Zähne, die sind einfach so dumm gestellt. Ich glaube, der selber seine Zähne einfach versuchte. Hast du was gedacht? Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, seine Zähne sind ganz sauber und die sind gar nicht gelb. Ja. Ja, ja, ja. Ganz sicher. Pass auf, was du sagst. Du hast nur ein Herz, Alter. Ja, stimmt. Leute, ich glaube wirklich, der hat seine Zähne einfach selber behandelt. Und deswegen seht ich so komisch aus, Leute. Deswegen kann er auch nicht mehr reden. Okay, wir bauen den nächsten Lucky Block ab. Was habe ich bekommen? Hä? Woid-Karotte? Alter, ich glaube, die ist richtig krass. Die werden wir gleich auslässt. Einfach eine Woid-Karotte habe ich bekommen. Lol. Was ist das hier? Äh, okay, mit dem kann ich traden. Okay, das müssen wir uns auch merken. Ey, Uckri. Äh, was hast du gemacht, Junge? Warum bist du runtergesprungen? Bin runtergefallen. Oh nein. Egal, ich habe es überliebt. Zeig mal her. Zeig mal her, Uckri. Ey, das ist meiner. Das ist meiner, Junge. Boah, der sieht richtig... Oh, der ist... Oh, yo. Yo, wie krass ist der denn bitte sehr, Uckri? Oh yeah. Ich habe auch einen blauen. Der ist überheißig den blauen und gibt dir den roten, weil der rot ist schlecht. Alter, nee, die sind safe beide gleich gut. Oder der rot ist besser. Ich mache uns nichtbare Blöcke. Warte mal. Schau mal. Uckri, Uckri, Uckri. Der Zahler kommt wieder auf unsere Seite, Junge. Was macht der hier? Ey, was will der jetzt von uns? Irgendwie muss ich ja meinen Job machen. Das heißt, ich werde jetzt, Uckri, die Zähne putzen. Ey, Uckri. Auf keinen Fall wirst du meine Zähne putzen, Alter. Der Zahnarzt will in seinem Job lang gehen. Was hast du gesagt? Hier, die Zähne putzen. Ey, die Zähne putzen. Du schießt auch mit dem Brug, Alter. Hör auf damit. Ey, weißt du was? Junge, ich... Und jetzt werde ich unliebbar. Oh nein. Oh nein. Was war's? Dein Zähn wird es nicht gut gehen, Uckri. Es tut mir leid, okay? Meine Zähne sind rausgeflogen. Äh, er hat sich erledigt, Uckri. Du hast nur noch ein Herz. Du hast nur noch ein Herz. Und ich auch. Wir müssen uns beeilen, Junge. Oh nein, der ist genau vor mir. Der darf mich nicht jetzt auf die Zähne putzen. Mach hier sofort deinen Mund auf, oder? Oder du willst schon den? Ja, ja. Warte, ich mach meinen Mund auf. Ich muss mich ganz kurz oben drehen. Leute, der ist genau so vorne. Aber ganz laut, Arme. Ja, ganz laut. Und zack, Pats, Pats, Junge. Hier, das war's. Das hast du davon, Junge. Na gut, ich lass den nochmal in Ruhe. Ja, trau dich nicht nochmal hierher zu kommen. So, es gibt mir hier nochmal so einen Seitenhieb, Junge. Dann fliegst du bis Afrika. Was soll ich mal richtig machen? Ey, ey, nein, 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 keine Zahnarzt. Äh, OP, nein, ich brauche keine Zahnüberhandlung. Leute, Junge, der ist so verrückt. Ey, Uckri, was machst du da eigentlich? Versteckst du dich gerade? Ja, ich verstecke mich vor dem. Wo ist der? Der ist da oben. Der ist einfach unsichtbar, Junge. Wir sehen nicht mal. Also, das kann... Also, das heißt, Junge, der kommt einfach zu uns. Und wir sehen nicht mal, wie der mit seiner Zahnpiste und zur Zähne... Aber schau, ich hab auch nicht mehr an Bröcke. Oh nein, kein Zerfekt ist weg. Äh, unsichtbar. Ja, endlich, Junge. Jetzt können wir endlich vor dem abhauen. Dann wissen wir auch, wo der ist. So, wir machen... Hä? Eine Hexe auf der Fledermaus. Junge, was ist das denn? Okay, ne, tausende Hexen auf der Fledermaus. Alles gut, ich regle das. Äh, danke, Zahnarzt. Warum hilfst du mir? Äh, weil ich dich gleich alleine zerfetzen will und nicht die Hexen. Hä? Was? Der hilft mir nur, damit die Hexen mich nicht zerfetzen, damit der mich zerfetzen kann. Okay, der ist echt ehrenlos, Leute. Wir dürfen auf keinen Fall dem Vertrauen, Ukri. Gar keinen Fall. Ey, was hast du bekommen, Ukri? Äh, Smarag-Block. Ich öffne den nächsten und... Leute, ihr Papageien bekommen! Hey, ich bekomme nur Blödis. Ja, ich krieg auch nur Blöde Sachen. Ich hab eigentlich schon voll die guten Sachen bekommen. Ey, roter Klotz, möchtest du ein Geschenk haben? Ey, nein, 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 kein Geschenk, kein Geschenk. Ey, stopp, stopp, stopp. Stopp, was ist das Geschenk? Okay, Leute, wir müssen ein Geschenk annehmen, sonst machen wir den Sauer. Ja, natürlich will ich ein Geschenk haben. Am besten schenkst du mir deine Zahnbürste. Die sieht so cool aus, die will ich gerne haben. Nein, nein, ich denk dir was Cooleres. Hier! Nein, nein, was ist das denn, Junge? Alter, du Ehrenloser, du Ehrenloser. Ey, ich mein... Ey, ja, danke, ey. Das tut voll gut. Ich hab gar kein Gift oder so. Voll cool. Ja, das riecht nicht wahr, schau mal. Ey, ey, Jungs, was geht denn bei dem ab? Ey, was macht der da? Leute, der vergiftet sich einfach selber. Ey, der ist so verrückt, Leute, der ist so verrückt. Ey, Uri, irgendwie müssen wir seine Zahnbürste von dem klauen. Und ich sag dir ehrlich, dann kann der uns nicht mehr so wehtun, ne? Dann legt er mir deine Reife. Ja, 100%. Okay. Dann ist er kein Doktor mehr. Dann ist er nicht mehr der Zahnarztopel. Ja, dann hat er keine Waffe mehr. Aber die, Junge, die lässt er nicht los, ne? Ich will nicht für den Writher. Nein, 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 nein. Ich hab nur ein Herz. Okay, aufpassen. Ich hab auch nur ein halbes Herz. Ey, lock den Writher auf keinen Fall zu mir. Ich hab ein halbes Herz, Junge. Weil ich hab hier einfach, ich hab Vergiftung drin. Das ist ja sowas von blöd. Wisst ihr was? Ich esse die Wolfkarotte jetzt. Ich esse einen Goldapfel schnell. Und zack. Let's go. Schweinezombie. Hä, was ist das denn? Wo kommt das denn? Ich glaub, ich glaub, da kannst du... Der hat seinen Telekomputz, Leute. Das war ja... Das war's ja komplett, Leute. Wie schnell ging das? Ey, warum... Okay, ich glaub, der Zahnarzt will irgendwas zu dir. Der kommt zu dir. Das ist gar nicht... Blauer Junge. Blauer Junge. Was willst du von mir, Junge? Ja, ich will dir ein Geschenk geben. Ey, was ist denn ein Geschenk? Nein, das ist kein Geschenk. Okay, nehm kein Geschenk. Nein, nein, nein. Geh schnell, ne? Was ist denn? Das ist ein Geschenk. Oh Mann, das ist genau das. Der hat nämlich viel aufgehoben. Ey, weißt du was? Ich buste ihn runter mit Eiern. Das wird nämlich auch sein. It's go. Er ist runtergefallen. Das hat dir nicht wehgetan. Wie, das hat dir nicht wehgetan? Wie hat der das überlebt? Ja, natürlich wegen den Äpfeln, Simlucky. Ich bin auch runtergefallen. Ich hab's überlebt, weil ich den Apfel gegessen hab. Der ist richtig OP, ja. Das ist ja richtig krass, Leute. Ey, wir sind gerade ein bisschen weiter als der Doktor. Also als Zahnarzt. Das ist kein Doktor. Okay, warum nennen wir ihn Doktor? 100% als wenn der... Horror-Doktor. Denkst du, der war irgendwann mal in seinem Leben wirklich Doktor oder Zahnarzt? Denkst du, der hat das irgendwann geschafft? Ich weiß, wie das passiert sein konnte. Ey, der hat bestimmt Fake. Er war wirklich Doktor. Junge, nein, nein, der hat Test geschummelt, der hat das nicht alles bestanden. 100% nicht. Oh, hör zu, hör zu. Er war wirklich Doktor. Ja. Und dann, weißt du, was da passiert ist? Bestimmt. Ich glaube, dass ihm alle seine Zähne rausgefallen sind. Und dann ist er richtig aggressiv geworden. Und es hat dann alle Zähne auch von anderen, weil er sich zerstört. Oh, ich habe eine bessere Mythe, Uri. Ey, stell dir vor, der ist zum Zahnarzt eines Tages gegangen. Der Zahnarzt hat all seine Zähne einfach rausgeschlagen. Und dann wurde er richtig wütend. Und seit diesem Tag macht er das bei jedem anderen. Ja, ganz genau. Und will die auch zerstören. Okay, wir öffnen den nächsten Lucky Block. Bitte was? Ey, du Rotakoball. Schau mal, was ich bekommen habe. Äh. Jo, wie viele Diamanten hat der... Uri, der Diamanten, das magst du doch so, Junge. Ey, der hat die Diamanten, du nicht. Ist mir egal, Junge. Ich gehe nicht auf seine Seite, der ist schrecklich. Okay, ey, warte mal. Uri, ich habe den David Prank mit dir, okay? Ich habe ja meine Karotte. Ey, hast du eine Spitzhacke, Uri, hast du eine Spitzhacke? Ey, komm mal eine Spitzhacke. Ich klaue ihm all seine Diamanten. Komm, komm mal eine Spitzhacke. Ey, der kann einfach mit seinen Zahnbürsten die Diamanten abbauen. Wie krass ist der denn? Ey, Uri, gib eine Spitzhacke her. Okay, okay, komm, 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 komm. Ich habe eine richtig coole Spitzhacke. Hier, boom. Junge Uri, Alter, du fällst jedes Mal runter. Es gibt die Spitzhacke, komm schnell nach oben. Die liegen jetzt hier unten. Warte, warte, in der Zeit, Leute. In der Zeit gucke ich mal, was wir hier rauskriegen. Und boom. Loan, Alter, ganz viele Diamanten und Eisen. Ah, jetzt komm, warte, jetzt komm, jetzt komm. Damit kann ich mir was craften. Nee, ich habe kein Holz. Ey, Uri, jetzt geh mal her jetzt. Hör so einen Wackel. Du kriegst die Spitzhacke. Ja, danke, Uri. Das wurde auch Zeit. Das wurde auch Zeit. Abbrauch sie ihm. Ey, Uri, Uri, weißt du, was wir machen? Wir brauchen auch alle Diamanten. Alle. Der will all den Diamanten abweißen, was ich mache. Ich bin uns, ich war Leute. Der kann mich nicht sehen. Babb, 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 babb. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Leute, Junge, der rastet richtig aus. Junge, der rastet richtig aus. Ey, was geht bei dem ab? Was ist so Lucky? Hey. Ja, ja, alles gut, alles gut. Der hat mich nicht gesehen, Uri. Ich geh wieder auf meine Seite. Du blauer Typ, du warst du was. Hä? Äh, Uri, er hat dich unter Verdacht, nicht mich. Das war es komplett mit dir. Wie viel Leben hat er noch? Noch zwei Leben, glaube ich. Äh, Uri, du hast nur noch ein Leben. Das war es komplett mit dir. Noch eins. Uri, bitte, bitte. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war so Lucky. Es war so Lucky. Hey, was? Es war so Lucky, ja. Junge, du verrätst gerade so. Uri, du verrätst gerade mich. Ja, okay, na gut. Ich hab einen Kompromiss, okay? Uri, ich wollte so ehrenlos sein. Also du musst... Ich sterben, ich geband werden. ...ich hier reingehen, okay? Einmal hier rein. Okay, alles klar. Nein, ach. Ich kann nicht rausbauen, okay? Ich kann nicht geband werden. Ich kann nicht geband werden. Nein, nein, nicht zu machen. So. Uri, der putzt jetzt meine Zähne. So, pass auf und jetzt... Hey, Uri, Uri, pass auf, Uri. Äh, das war's, Uri. Ey, der will deine Zähne rausschlagen, Uri. Warte mal, hast du... Nein, ich hab' gegabt. Hä? Äh, Uri, weißt du was? Ich helf dir mal raus. Du tust mir leid. Oh Mann, das war knapp, ne, dass du es überlebt hast. Hä, Uri? Kannst du überhaupt noch reden? Meine Zähne sind rausgefunden. Ey, Uri, Uri, du armer, Junge, Alter. Mir geht's dir gut, Uri, geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Aua. Oh Mann. Ey, warte, Uri, du armer. Egal, alles gut. Ich danke dir, dass du die Schuld auf dich genommen hast, ne, und mich nicht verraten hast. Ey, Junge, du wolltest, dass ich aus der Buchi-City gebannt werde. Junge, entspann dich, Alter. Das war alles nur mein Plan, Junge. Ja, das war dein Plan, ne? Hätte der, hätte der was anderes gewonnen, hätte ich nicht... Alter, geht's so, mach ich schnell. Ja, okay, Junge. Ist alles nochmal gut gegangen, Leute. Wir hatten nochmal Glück. Gleich sind wir oben, da kann ja auch nichts mehr. Dann machen wir das Battle. Okay, und Leute, ich bin sowas im Gespann, wer das Ganze gewinnt wird. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um das nicht zu verpassen. Oh, let's go. Ich hab Goldäpfel bekommen, aber... Du fasst da, fasst oben. Junge, diese Void-Karotte ist bestimmt eh schon viel cooler. Ich bin mit dem Zahn als gleich. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und zack, ganz viele Kühe hab ich bekommen. Ey, kommt mal her, Junge, du Pratze. Danke, Leute. Boots, bam, weg mit denen. So, nächster Block und... LOL! LOL, was ist das denn? Okay, rote Boots. Ey, welche sind besser? Weil rot ist die beste Farbe. Let's go. Und, was ist das denn? Hm, warte mal, steht denn dort Absorption und Schwebekraft? Leute, ich glaub, das werde ich auf den verrückten Zahnarzt werfen. Irgendwann hat er da vor... Ey, 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 ey. Stopp, 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 stopp. Ey, wir können darüber reden. Wir können über alles reden. Du kannst meine Zähne putzen. Nein, wir können nirgendwo darüber reden. Äh, wieso nicht? Du kannst meine Zähne putzen. Das wolltest du doch die ganze Zeit, wenn du willst. Nein, ich will dich jetzt lieber abschießen. Ey, 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 lass mich in Ruhe. Leute, wir fallen hier fast runter. Ich muss nachfließen. Nein! Nein! Leute, ich muss überleben. Ich hab's überlebt. Der Afl hat mich gerettet, Uri. Ich hab ihn besiegt. Er hat jetzt endlich gebannt. Du dachtest, ich werde draufgehen. Hä, du blöder Zahnarzt. Ich bin noch immer da. Ich bin hier unten. Ich hab's überlebt. Und weißt du was? Das kriegst du sowas von zurück. Leute, wir gehen jetzt zurück. Ich krieg das zurück. Junge, der hat mich einfach erwischt. Wie sieht der mich? Ah, ich hab mir einen Schuh an. Okay, wie sieht der Schuh an? Ja, nicht egal, Leute. Der denkt, das ist jetzt egal. Aber, guck mal, wir essen jetzt nochmal den Apfel. Zack, kriegen richtig viel HP+. Und jetzt nehmen wir diese Päuschen. Ich weiß nicht, was für ein Trank das ist. Aber der scheint auf jeden Fall sehr gefährlich zu sein. Und der ist fast das ganze Game durchgespielt. Oh nein, wir müssen auf jeden Fall ganz schnell zu ihm hoch. Junge, der ist runtergefallen. Egal, wir gehen mit ihm runter. Ich bin runtergefallen. Ja! Hä, Zahnarzt, willst du vielleicht wieder hochkommen? Willst du vielleicht wieder hochkommen? Soll ich dir helfen? Ja, ich bin hoch. Du möchtest hoch? Ey, schau mal, Zahnarzt. Ich bin genau hier vorne. Ich bin nicht mehr hoch. Ey, ey, schau mal hinter dir. Ich bin genau hinter dir. Ich bin genau hinter dir. Ey, wenn du willst, kannst du gerne nach oben. Ja, na klar, ich möchte nach oben. Ich möchte doch besiegen. Er will uns besiegen und die Lucky Blöcke abbauen. Ja, dann kannst du gerne nach oben. Ey, komm mal mit. Genau hier vorne bin ich. Hier vorne. Ja, ich sehe dich. Ich bin nicht blind. Leute, wir schmeißen jetzt das auf ihn. Das gibt Schwebekraft. Mal schauen. Und putz. Let's go. Was hast du gemacht? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Let's go. Sollte kann ich den berühmten WaterMLG. Der kann WaterMLG, Junge? Warum ist der so krass? Ich kann nur reinpattern nach oben, aber ich bin Profi. Ich mache jetzt WaterMLG. Eigentlich, also der WaterMLG kann nichts, Junge. Wie krass ist der? Komische Arztin, bitte sehr. Ey, guck mal. Und jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, viel Spaß, du fliegst die ganze Zeit weiter nach oben. Ja, wo ist der WaterMLG? Okay. Oh, Leute, Leute. Das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant. Ganz sicher nicht. Warum bist du, du kleiner Bengel? Oh, nein, oh, nein, Leute. Oh, nein. Hilfe, Hilfe. Hey, lass mich in Ruhe. Leute, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell uns Lucky Blöcke öffnen, damit wir jetzt das epische Battle vielleicht machen. Ey, Uri. Ich hab mich abgeschossen. Lass mich in Ruhe, aber gleich in der Arena wirst du sehen. Okay, okay. Gleich in der Arena. Jetzt mich nicht angreifen. Ey, Leute. Uri, wir bauen noch ein bisschen besseren Lot. Hast du vielleicht richtig krassen Lot rausbekommen aus den Lucky Blöcken? Ja, ich hab auch richtig krasse Rüstungen. Ich geb dir die. Guck mal, hier vorne. Warte mal, ich öffne noch den Lacken. Oh, nein, nein, nein. Was ist das denn? Weg damit, weg damit. Hä? Ich hab's erledigt. Lol. Was hast du für Rüstungen, Uri? Yo. Ich kriege, OP. Zieh die an, Bro. Vertraue mir. Ey, Uri, Uri. Ich hab hier auch so... Alter. Junge. Wie krass ist die denn bitte sehr? Was? Aber ich hab diese Void-Boost, ne? Die sind auch verzaubert. Yo, Alter. Junge, ich zieh mir direkt sofort an. Boom, Leute. Wie krass ist die denn? Okay. Und ich hab hier sogar Diamantenrüstung so bekommen. Aber die ist richtig schlecht vom Skelett, Junge. Hoffentlich kommt was Schleckes raus. Oh, schnell. Ey, was soll das, Junge? Du öffnest einfach Lucky Blöcken, damit hier was Schleckes rauskommt oder was? Ey, warte mal. Warte mal. Hier. Bam. Leute, jetzt gönnen wir uns. Ey, trink das mal. Ich mach was fertig. Das ist mein super Geheimatrank. Genau. Hä, was? Alter, kannst du selber trinken. Ich trink doch keine Vergiftung. Hier. Nimm das, Alter. Ja, ja. Hä? Hör auf damit. Hör auf damit. Alter, lass mich in Ruhe, Leute. Wir machen gleich das Battle, okay? Jetzt halt dich ganz kurz zurück. Gehe auf deine Seite, okay? Was, du bist schon fertig? Ne, da fehlt noch ein Block, weil man den bei euch ab. Hey, du hast mich in die Arena geschubst. Jetzt baue ich den letzten Block ab. Ja, da. Let's go. Okay, du bist das Erste. Leute, guck mal. Der hat mir einfach so was... Was hat der mir gegeben? Glücktrank. Hey, das gibt mich mir sofort. Ey, so Lucky, jetzt fängt der Kampf sofort an, wenn der es erreicht hat. Weißt du schon, oder? Das stimmt. Warte mal, was ist das eigentlich? Leute, oha. Rückstoß, richtig krasser. Ey, den brauche ich nicht. Bogen, Bogen, ganz wichtig. Und irgendein krasser Pfeil. Okay, okay, Leute, das müssen wir behalten. Wir haben krasser Wissen. Ich öffne den letzten Block zum Lucky. Und boom. Was ist das für eine Spille? Ah, was ist denn hier? Ey, ich wurde drunter gerustet. Jumpscare. Jo, und hier ist ein richtig krasser Schwert. Der hat Jumpscare mit dir gemacht. So war es ja, weil der auch aussieht wie ein Jumpscare. Jo, was ist denn? Okay. Ne, brauchen wir nicht. Leute, ich sag's so, ne? Ich bin zufrieden mit meinem Loot, aber es hätte besser sein können, okay? Ich hab hier Unsichtbarkeitsrank. Richtig krass. Ich hab Voidkarotten. Plus, ich hab hier einen krassen Bogen. Und ne Spitzhacke, auch ganz wichtig. Und schaut mal meine krasse Rüstung an. Ey, Uri, weißt du was? Der Kampf kann losgehen. Das weiß ich. Leute, wir werden es jetzt in die verschiedenen Ecken stellen. Einmal hier zum Lucky-Team und einmal das Team vom verrückten Zahnarzt. Ey, Uri, hast du eigentlich noch ein paar Lucky-Blöcke? Ich hab echt schlecht verloren. Guck mal, ich hab neun Lucky-Blöcke eben bekommen. Hä, was? Dann können wir die noch öffnen, okay? Alter, Ehre, Mann, Uri. Ich hab hier noch schnell öffnen, bevor der jetzt ausrastet. Der darf das nicht sehen, Uri. Der darf das nicht sehen. Komm, wir platzieren die hier alle. Zack, zack, zack. Warte, wenn die wissen, was ich grad mache. Uri, ich hab was krass bekommen. Yo, was ist das denn? Alter, einen richtig krassen Helm verzaubert. Yo. Okay, warte mal. Zack. Ey, Uri, gib her. Das ist meins. Das ist meins. Ey, warte mal. Kannst du behalten. Das war ein Boots, war ein Boots. Das sind Boots, ja, aber sie sind verzaubert. Aber ich mach das bessere. Kannst du behalten hier. Ich hab White-Boots, Junge. Boom. Alter, was ist das denn für einer? Der tradet, egal. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hä, Hunde-Armee, Uri, Hunde-Armee. Ey, Uri, stopp. Junge, attackier dich meine Hunde und dann kriegst du es zurück, Alter. Ja, ist so, Junge. Hör mal auf damit. Oh, wie sehr krasse Boots. Ey, die sind richtig heftig, die Schuhe, ne? Also, ich mein, diese Lucky-Blöcke. Boom. Ey, aus dir ist abgegangen. Guck, der war teleportiert. Lol. Hab ich irgendwas krass bekommen? Ne. So, zack, baum wie. Lol. Lol. Was? Alter. Okay, die ist krass. Die ist richtig krass. Uri, guck mal, was ich bekommen hab. Ich hab so eine richtig krasse Sendung bekommen. Ah, mit der bin ich sogar langsam, weil die so krass ist. Okay, krass. Leute, wir öffnen das hier. Enderperlen, ja, ist immer gut. Ich kann mich weg teleportieren. Ach, das ist gar nicht so schlecht. Ist doch der letzte Lucky-Bock, schnell. Hä? Ja, let's go. Da war wirklich nur Dreck drin, oder? So, Uri, guck mal, ich hab hier diese Void-Boost. Die kannst du auch noch mal haben. Hier, das brauch ich jetzt auch nicht. Kannst du auch haben. Nimm meine Rute-Boost. Die sind die besten, Uri. Kannst du gerne haben. Und, ähm, verrückter Arzt, bist du jetzt fertig mit Ausrüsten? Wir können jetzt Battle machen. Du weißt, Battle. Ja. Ich weiß noch nicht. Wie, du weißt doch nicht. Ey, du bist doch gerade am Craften. Ey, es geht jetzt los, ne? Auf drei. Es sind doch zwei. Na gut. Komm, wir essen, wir essen direkt das. Alles essen, was du hast. Alles einfach essen. Ey, okay. Jetzt bin ich unsichtbar. Oh, dann, ey, wo ist der? Nein. Ey, es geht doch nicht, es geht doch nicht los. Okay, ganz, das ist wichtig. Guck mal, kannst du ganz kurz Wasser platzieren? Guck mal, ich hab hier nur so eine, äh, Angel. Glück. Tausend, drei. Ey, da muss irgendwas Krasses rauskommen. 100%. Ey, mach mal Wasser hier hin. Ach so, Blacky, hier nimm schnell das Wasser. Ehrlich? Ey, warte mal. Da ist Glück irgendwas drauf, Junge. Wir müssen es schaffen. Komm schon. Komm schon. Let's go. Let's go. Let's go, Junge. Ey, da muss was Krasses rauskommen. Da muss was Krasses rauskommen. Äh, warte mal. Äh, Brad, nee, die ist nicht kaputt gegangen. Alter, nochmal Glück gehabt. Okay, nochmal Glück gehabt. Wir müssen das hier so einbauen, damit die Angel nicht weggeht. Hey, seid ihr jetzt endlich mal bereit? Ey, eine Sekunde. Ey, Zahlerz, ey, du musst ganz kurz warten. Und am Ende, wenn du kurz wartest, ne, dann kannst du meine Zähne behandeln. Alter, kannst du alles machen, was du willst. Das würde ich auch so machen. Was, Alter, Junge, wird der nicht. Okay, ich habe nur Spaß gemacht. So, was kriegen wir raus? Komm schon, bitte was Krasses. Das ist richtig krass. Da bringe Glück drauf. Komm bestimmt irgendein OP-Item raus. Und komm schon, komm schon, komm schon. Und, Leute, es klappt, es klappt. Let's go, was habe ich bekommen? Äh, ein Sattel. Bäh. Aber, wow, Leute, was haben wir... Alter, was haben wir im Winter bekommen? Yo. Ey, was ist das für Items? Junge. Voidmelode. Ey, wir haben einen Heckerapfel bekommen. Ey, fang jetzt einfach ran. Ey, was? Ey, Zablocki, pass auf, der fängt die Pfanne. Alter, ich hab voll die krassen Sachen bekommen, Junge. Was ist das, Junge? Ey, Uchi, ich teste es jetzt aus. Bam. Ich teste erst mal alles. Alles erst mal essen. Bam. Boom. Ey, ganz mal essen mit dem Heckerapfel. Ich hab mir abgeschossen mit dem Bogen. Wenn gar nichts mehr klappt, Leute, essen wir den Heckerapfel. 100%. Boom, wir haben hier noch die Voidkarotten, müssen wir auch noch aufessen. Was lauft, der schießt dann in den Hunde ab. Ich werd dich jetzt bekommen. Und ganz am Ende werden wir den Heckerapfel essen, wenn alles nix bringt, Leute. Aber jetzt erst mal. Ja, hm. Wie gefällt dir das, Junge? Fress mal Bogen, Alter. Fress mal Bogen. Pats, Junge. Boom, boom. Du fass jetzt mit dem Sperr drauf. Alter, das ist ja richtig stark. Hey, wie überlebt der das? Wie überlebt der das, Junge? Warum ist das so krass? Uchi. Ey, wir müssen ihn erlegen. Wir müssen ihn erlegen. Boom, boom, Junge. Fress das, Alter. Ey, der ist sogar gerade Bad Juxer-Shirt. Das ist richtig, Juppie. Was, wie krass ist der, Junge? Der macht nicht. Ich mach dem gar kein Damage, Junge. Denkst du, der ist Kreativmodus oder so? Uchi. Hä? Der heckt oder sowas, Juppie? Alter. Ey, ey. Oh nein, aufpassen, 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 Junge. Boom, Junge. Der pustet mich die ganze Zeit weg, ey. Weißt du was, Junge? Fress das, Junge. Fress das. Ey. Weißt du das, keiner. Junge, wie stark ist der, ey? Leute, der Zahnarzt ist zu stark. Leute, ich glaub, wir müssen ein Abo und ein Like da lassen, damit wir Energie haben und den besiegen können. Komm schon, Leute. Boom, boom, Junge. Ich krieg dich. Pats, 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 pats. Komm mir jetzt runter, ey. Du kannst kein einziges. Oh Mann. Weißt du was? Jetzt reißt es mir. Jetzt reißt es mir. Boom, Junge. Fress meinen Bodensturm. Boom, Junge. Wir können anziehen, Leute. Wir können anziehen. Aber das hilft alles nicht. Junge, der leuchtet die ganze Zeit. Was will der tun, Leute? Was will der tun? Boom, boom, boom. Äh, 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 äh. Was geht denn jetzt ab, Leute? Was geht denn jetzt ab? Was ist denn mit dem Zahnarzt? Uckri, wo bist du eigentlich? Nur in den Superman gewonnen. Ich hab ihn schon längst verledigt. Nein, Uckri. Hallo, bist du noch da? Bist du noch da? Uckri, hallo? Ich bin da. Ich bin hier vorne. Wie hier vorne? Uckri, ist egal. Ist das nicht wahr? Schau, was ich jetzt mache. Schau, was ich jetzt mache. Hey, zeig mir her, Uckri. Guck mal. Guck mal hier. Ah, okay, okay. Hey, da findet ein Lennsturm. Wow. War weggesprengt. Was sollte das werden? Lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe. Oh, der hat mich getroffen. Alter, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen. Ey, ich muss den ganzen Tag meinen Apfel essen, sonst gehe ich noch rauf, Junge. Ich bin weggeflogen aus der Arena. Nein, Uckri, das heißt, ich muss jetzt eins für das eins machen. Leute, was machen wir? Was machen wir? Ich hab eine Idee. Wir benutzen jetzt dieses Schwert hier. Ja, komm her. Komm her, Junge. Bam, damit kriege ich den. Weg mit dir. Alter, das reicht mir. Guck mal. Du bist doch irgendwie drauf. Wow, haha. Au ja. Ja, ich hab deine Schwachstelle. Warte mal. Nee, wir haben dir einfach richtig viel Damage gemacht. Deswegen bist du jetzt verwundbar. Äh, hä. Bam, komm mal jetzt hier. Haha. Haha, hat mir gar keinen Schaden gemacht. Uckri, ich glaub, es ist soweit. Leute, kommentiert jetzt alle Hashtag Hacker, damit wir den Adminapfel essen. Und damit werden wir ihn komplett erschöpfen. Wir essen den Hackerapfel. Aber, äh. Geh schnell weg, schnell weg. Wie, du gehst weg? Ja, siehst du, was ich in meiner Hand hab? Ich hab einen Hackerapfel in meiner Hand. Mhm. Das ist unsichtbar. Nein, 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 Leute. Okay, alle Hashtag Hacker in die Kommentare schreiben. Hashtag Admin. Und jetzt essen wir den Apfel. Kommt schon auf 3, 2, 1 und 0. Lass allen Abonnen einen Like. Ich glaub, das ist ja, Blacky. Äh, ich bin hier unten. Was ist das? Ich glaub, ich wurde gebannt. Ich seh gar nichts mehr. Hör, wie viel Leben hab ich? Wie viel Leben hab ich? Wie viel Leben krieg ich grad, bin ich so sehr? Junge, was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Was? Alter, wo bist du? Ich bin ein Popo. Äh, äh, äh. Wie, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oh, du kannst mich nicht kriegen. Wow, Leute. Boom. Alter, wir sind viel zu schnell. Warte, Freund. Nur es geht und nimmt. Ey, lass mich in Ruhe, Junge. Weißt du was? Butz, fress das, Alter. Ich krieg den. Ich krieg den, Leute. Boom. Der hat keine Chance. Der hat keine Chance, Junge. Der hat keine Chance. Boom, boom, boom. Ich attackieren jetzt. Und wo ist er? Butz, ja. Boom. Haha. Oh, ja. Wie schmeckt das? Ich bin zu schnell. Wie schmeckt... Alter, ich bin viel zu schnell. Du kannst mich nicht kriegen. Boom, Junge. Fress das, Junge. Ey, ab da. Ab mit dem Bogen auf ihn schießen, Leute. Boom, 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 boom. Warte, warte, warte. Wo ist er hin, Leute? Wo ist er hin? Alter, da vorne ist er. Ey, ich werde dich treffen, Junge. Ich werde dich... Ich habe meine Munition mehr. Ich habe meine Munition mehr. Wisst ihr was? Ich werde dich mit diesem Sword attackieren. Das war 128.000 Damage. Damit kann er nicht gewinnen. Damit kann er nicht überleben. Damit kann er nicht überleben. Ich bin stärker. Alter, der ist nicht stärker. Ich werde dich noch kriegen, Junge. Ich werde dich noch kriegen. Boom, boom. Irgendwie habe ich nicht leben. Oh, nein. Jetzt ist der Untergang gekommen. Der bewegt sich ja gar nicht mehr. Und... Boom, Junge. Wir haben den rasiert, Leute. Wir sind der Flash. Wir müssen dir noch heimtaschen. Wie, du wirst mir heimzahlen? Du bist so schlecht, Junge. Wir haben dich nicht gewonnen, Uckrey. Wir haben es geschafft, Junge. Schau mal, wie schnell ich bin, Alter. Junge, bin ich schnell. Wow. Uckrey, weißt du was? Komm her. Ich kriege dich jetzt auch. Und... Bitte nicht. Spaß, Uckrey. Du wirst noch gebarrt. Alter, Leute, lasst ein Abo und Like da. Wir haben einfach einen verrückten Zahnarzt besiegt. Und falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo und ein Like. Und jetzt drückt oben schnell aufs nächste Video. Auf 3, 2, 1 und 0. Wir haben es geschafft, Leute. Let's go. War das episch. Wow, Freunde. Schaut euch das mal an. Heute machen wir ein Lucky Block Battle gegen Uckrey. Oh ja, Simlaki. Ich werde 100% gewinnen. Aber hast du schon die Person hinter dir gesehen? Äh, was meinst du? Wow, wow, wow. Wow, Uckrey, das ist SCP-069. Schau ihm auf keinen Fall in die Augen. Hä? Aber dir sieht voll nett aus. Wieso nicht in die Augen schauen, Simlaki? Oh, Mann. Leute. Das war's komplett, Uckrey. Das war keine gute Idee. Ich werde dich aufreißen. Uckrey, das war's komplett mit... Oh, nein, Leute. Was geht da? Oh, nein, Simlaki, rette mich. Was ist mit Uckrey passiert? Äh, hallo? Hä? Was? Äh, Leute, ich gucke ihm nicht in die Augen. Ich gucke ihm nicht in die Augen. Was hast du mit meinem Freund Uckrey gemacht? Hat er in die Augen geguckt? Nein, 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 hab ich nicht. Leuchtest einfach SCP-069. Guck mal, wie gruselig der aussieht. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Äh, kannst du mir bitte mal erklären, wieso du hier bist? Und warum du meinen Freund aufgegessen hast? Ich habe Uckrey aufgefresst. Und wenn du ihn befreien willst, musst du gewinnen. Wenn du es nicht schaffst, dann bist du für immer aus dem Uckrey City gepannt. Was, Alter? Nicht dein Ernst, Junge. Leute, wir müssen es voll tun. Wir müssen Uckrey retten und dieses Lucky Block Race gewinnen. Ey, SCP, ich sag dir ehrlich, ich werde dich komplett rasieren. Und dann wirst du Uckrey mir wiedergeben. Äh, warte mal, wo hast du eigentlich Uckrey versteckt? Mit meinem Bauch. Hä? Was? Warte mal, Uckrey ist in seinem Bauch drin. Oh nein, das ist... Leute, nicht ihm in die Augen schauen, sondern es passiert mit mir gleich dasselbe. Okay, aber jetzt verwandle ich die Lucky Block. Hä? Warte mal, was geht denn jetzt ab? Was meinst du? Was verwandelst du da? Wow! Und wow, Leute, was ist hier... Ich sehe es, Leute. Seht ihr es auch? Hä? SCP, was hast du mit Lucky Block angestellt? Das ist mein eigener Lucky Block. Er ist so OP. Was, Alter? Ich sehe es, du hast einfach ein Rainbow Lucky Block. Und der sieht richtig gruselig aus. Warte mal, stopp. Du sagst mir, du hast diesen Lucky Block selber erschaffen. Kann es nicht sein, dass du irgendwie vielleicht betrügen willst und mir hier einen schlechten Drop gegeben hast? Oh, sowas würde ich niemals tun. Oh, wenn ja du bist da. Was? Wie, wenn ich nur... Leute, habt ihr es gehört? Wie, der würde sowas niemals tun? Der hat meinen Freund aufgegessen. Dann ist das doch wohl... Okay, wir fangen an auf meinen Start, okay? Junge, warum soll ich überhaupt auf dich hören? Ich fange an, wann ich will. SCP, so. Hä? Hä? Okay, 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 entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Alles gut. Leute, ne, weine. Ich gucke ihm die ganze Zeit nicht in die Augen. Ich mache hier die ganze F5-Modus, damit wir ihm nicht in die Augen schauen, weil sonst bist du ja immer was passiert. Jo, es geht jetzt mal auf mich. Hörst du jetzt auf mich? Äh, ja, ja, ich höre auf dich, okay? Ich nehme alles zurück. Das war, das war nur Spaß. Du machst hier die Regeln und du bist mein Chef, okay? Ich höre heute auf alles, was du sagst, Leute. Genau, so sieht es aus. Ja, ja. Okay, auf drei. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Äh, warte mal. Let's go. Wow. Hä? Leute, habt ihr das gerade gesehen? Jo, ihr habt ein richtiges OP-Schwert bekommen. Nein. Ist das eine Kassprobe? Nein, 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 auf keinen Fall. Nein, 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 bin ich nicht. Leute, wir haben nebenbei nur drei Herzen, okay? Und wenn wir die verlieren, werden wir aus der Ucri City gebannt. Wir dürfen also, das heißt, in diesem Lucky Block Race gerade dürfen wir nicht dreimal drauf gehen. Wenn wir das tun, dann werden wir aus der Ucri City gebannt. Und ich muss aufpassen. Der hat sofort das beste Schwert, was es gibt, bekommen. Also ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Aber der sieht total gut aus. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Der hat die Lucky Blöcke doch bestimmt manipuliert. Also 100... Ich öffne es jetzt auch. Ja, Bray, ich kriege nur irgendwelche Pfeile. Aber das sind gar nicht mehr so schlechte Custom-Pfeile. Okay, die gönne ich mir. Hör schon mal, was ich bekommen habe, SCP. Guck doch mal. Hör, willst du schauen? Ne, zeige ich dir nicht, weil ich darf sie nicht anschauen. Willst du sehen? Zeig mir. Ey, okay, okay, okay. Ich zeige dir. Aber wie soll ich ihm zeigen, wenn ich ihn nicht angucke? Guck, hier. Dann habe ich bekommen. Ja. Hey, was soll das jetzt werden? Klaust du mir das jetzt etwa? Junge, das ist voll schlecht, Alter. Das bekommst du nicht mehr wieder. Äh, okay. Und warum behältst du es dann, wenn es schlecht ist? Ergibt für mich gar keinen Sinn. Egal. So, ich mache weiter. Let's go. Ja, du wirst nur wissen, dass das voll OP ist für später. Hm? Junge, er hat mich angelogen. Was? Was ist das eigentlich? Junge, ey, du willst mich auch pranken. Ich habe den Lucky Block geöffnet und hier kam einfach gar nichts raus bei mir. Ja, das ist ja, das ist ja total unfair. Und du kriegst so den besten... Guck mal, diese Schuhe an. Äh, was sind das für... Junge, warum soll ich die anprobieren? Hä? Leute, schaut mal. Das sind einfach useless Diamond Spools. Die bringen mir also absolut gar nichts. Und guck mal, was da drauf ist. Fluch der Bindung, Fluch des Verschwindens und Slowness. Das heißt, wenn ich das einmal anziehe, kriege ich das nie wieder. Ey, Leute, der ist so ehrenlos. Der hat meine Lucky Blöcke manipuliert. Ich kriege aus dem Ersten nur irgendwelche blöden Pfeile. Was bringen mir Pfeile, wenn ich keine Bohrung habe? Und danach kriege ich einfach gar nichts. Die übertreibt komplett. Und weißt du was? Das kannst du... Das kannst du schön wieder haben. Hier, nimm deine komischen Diamantenstiefel. Zieh du die doch mal an, hm? Naja, selber schultern. Zieh die halt an. Äh, wir schauen klar, dass du die jetzt nie wieder wegkriegst. Äh, doch. Ich muss einfach nur mal drauf gehen. Äh, warte mal. Du kriegst die nicht mehr weg und du bist jetzt extra langsam geworden. Haha, du Noob, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich dachte, die wären besser. Ich hab voll vergessen, dass da ein Fluch drauf ist. Äh, warte mal. Kann es sein, dass SCP alles in einer Sekunde vergisst? Der wollte mich gerade eben damit noch pranken. Jetzt hat der sie selber angezogen. Also der ist echt ein bisschen los. Egal, komm schon. Let's... Oh, ich dachte, komm. Hast du gerade meinen Namen gesagt? Äh, nein, ich hab nicht deinen Namen gesagt. Ich hab, ich hab, äh, gesagt, die Kiste ist voll. Da ist voll guter Loot drin. Ja, ja, da ist voll guter... Aha. Junge, was ist da drin, Leute? Atmung. Was bringt mir das alles? Okay, drei Weizen haben. Ich kann wenigstens ein bisschen Brot craften. Junge, der... Ich hab sowas krasses für Körer. Hä? Leute, ich muss Uki retten, okay? Wenn ich ihn nicht rette, dann bleibt er so für immer in seinem Bauch. Ich frag mich, wie es im SCP seinem Bauch ist, ne, Leute? Junge, Alter, Uki. Der muss gerade richtig Angst haben, weil das hat er sich auch verdient. Oh, lol. Okay, ich hab was Gutes bekommen. Ich hab Amboss und ganz viele Erfahrungsflächen bekommen. Die könnte ich noch gebrauchen. Also, zack, öffnen wir mal sofort. Und hier trägt ihr Nessen. Echt nicht, ja. Hä? Was geht denn da ab? Yo! Äh, was hast du mir geschenkt? Goldblock? Danke, aber den brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Ich auch nicht. Ja, haha. Äh, 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 äh. Ey, warum, warum macht der so komisch? Ich glaub, der wollte mir den Goldblock geben, damit ich da hinschaue und dem in die Augen schaue. Weil, wenn ich das tue, Leute, dann frisst der mich auf. Ihr wisst ja, SCP. Jeder, der ihm in die Augen schaut, ist sofort down. Und Uki hat einfach einen blöden Fehler gemacht und ihm die Augen reingeschaut. Ja, haha, der ist so dumm, der Uki. Oder dieser blaue Kobold. Ich weiß nicht, wer der ist. Hä? Was? Der ist so dumm. Er hat Uki blauen Kobold geläbt? Ja, das war echt dumm für Uki, nicht? Dass er ihm die Augen geschaut hat. Und deswegen hat er ihn auf... Oh, Leute! Die habe ich bekommen. Lol, was? Alter, wie krass ist das? Äh, äh, warte mal, warte mal. Ihr dürft das nicht sehen, Leute. Wenn ihr seht, dass ihr sowas bekommen habt, dann würdet ihr mich erledigen. Also, was hast du gesagt? Äh, nee, 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 ihr habt gar nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. Ich habe wirklich... Äh, ich habe nur... Junge, guck mal, was ich bekommen habe. Schallplatte. Voll schlecht. Das will ich mir mal genauer anschauen. Äh, wie genauer anschauen, Leute? Oh nein, oh nein, oh nein. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ey, der darf nicht auf meine Seite. Ich will ihm nicht in die Augen schauen. Ja, dann gehe ich jetzt auf seine Seite ganz kurz, ne? Wir machen uns Seitenwechsel. Nein! Äh, ey, ey, ey! Spann dich, was geht denn jetzt bei dem ab? Alter, Leute. Gib mir sofort alle deine Sachen. Ey, nein, kriegst du nicht wieder. Okay, guck mal, wir machen die. Ich gebe dir wirklich... Ich gebe dir alles. Ähm, versprochen, versprochen, versprochen. Auch deine OP-Items. Finger überkreuz, Finger überkreuz. Äh, ja, hier, guck, guck. Wo soll ich das machen? Was? Nein, 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 übertreibst du dich. Guck mal, hier sogar. Abendboss gebe ich dir. Ich gebe dir... Ich gebe dir all meine Pfeile. Guck, hier gebe ich dir... Warte. Ich glaube, dass das alles war? Ja, das sind all meine Pfeile. So, zack, das ist alles. Klar. Okay, wenn du dir da sicher bist, dann bleib einfach stehen auf dem Fleck oder du wirst drauf gehen. Auf dem Fleck stehen bleiben? Ja, okay. Genau da. Ich bleib... Was hat er jetzt mit mir vor? Freunde, was... Äh, Leute. Junge, warum macht der so komisch? Alter, SCP ist wirklich... Äh, äh. Hey, was soll das? Ah, Junge, du Ehrenloser. Äh, aha, bin gar nicht drauf gegangen, SCP. Hm, wolltest mich erledigen, ne? Hast du dich geschafft? War nicht mein Ziel. War nicht mein Ziel. Warte, was hast du gesagt? Willst du mich kommentieren? Junge, nein. Was geht mein SCP ab? Da müssen wir etwas sehen. Äh, äh. Äh, äh. Das war's komplett. Ich darf mir nicht mehr weiter zeigen. Wir haben noch zwei weitere Leben, hast du. Wenn du die verbrauchst, die haben mich für immer gebannt für immer und ewig. Nein, Leute, da hab ich auch nicht den Unkrieg gerettet. Alter, ich darf jetzt nicht nochmal drauf gehen in diesen Lucky Block Rays. Das bin ich für immer gebannt. Ihr habt's gehört. Was er nicht gesehen hat. Junge, dieses OP-Schwert, das ist sowas von... Was ist mit... Was ist mit SCP passiert? Warte mal, hast du meine Lucky Blocker manipuliert? Äh, ich? Nein, die sind doch deine. Was redest du da? Ich würde die doch niemals manipulieren. Alter. Habt ihr das gerade gehört? Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare. Äh, wie viele im System? Leute, was redet ihr da? Falls ihr es auch gehört habt, dann lasst mal unbedingt ein Like und ein Abo da. Und skippt jetzt zurück, ob das wirklich so war. Hat der gerade gesagt, dass er die manipuliert hat? Und dass der nur gute Sachen kriegt? Weil der hat sich gerade geärgert. Der hat einfach Stein bekommen. Ich glaube, ich habe die Sachen... Ich habe die Seiten verwechselt. Ach, egal. Wie? Yo! Rüge sauer. Alter, was? Der wird wirklich sauer. Junge, der hat deren Seelen geklaut. Leute, seht ihr das? Die fliegen einfach hier rum. Leute, ich will nicht, dass der selbe mit mir aufmacht. Junge, der ist so gruselig, Leute. Oh, der Matten. Ja. Alter, ich glaube, ich glaube, ab hier hat der wirklich die Seitenverdauer. Ich rechne nur auf den besten Mut. Haha. Ich werde den besiegen. Okay, vielleicht nehmen wir alles zurück, Leute. Aktivierungsschienen. Wofür? Obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr so schenke. Ich kann nicht so eine Achterbahn machen. Guck euch das mal an. Voll witzig. Alter. Ihr habt alle ein Abo-Neiter gelassen. Das heißt, der hat wirklich alles immer nicht... Der ist schon wieder irgendwas krasses bekommen. Habt ihr es gesehen in seiner Hand? Oh nein, was ist das, Leute? Was ist das? Ich kann es aus dem Augenwinkel nur sehen. Mein Fehler des Systems. Äh, Fehler des Systems? War das nur was? Okay, ich hoffe, der hat es nicht gesehen. Ich hoffe, der hat es nicht gesehen. Was war das denn? Hast du mir gerade in die Augen geschaut? Äh, nee, hab ich... Junge, was für... Nein, hab ich nicht. Wenn ich mir in die Augen geschaut hätte, dann hättest du mich schon längst gekillt. Ne, hab ich nicht. Guck mal, ich dreh die ganze Zeit meine Rücken zu dir rum. Ja, okay, alles ist aber gut gegangen. Leute, guckt mal, ich darf mich nicht so auffällig verhalten. Junge, wenn der sieht, dass ich das habe, dann klaut der mir das sofort. Was hat der bekommen, Leute? Lass mal schauen. Yo! Ey, ich glaube, Leute, der weiß gar nicht, dass ich sehe, was der kriegt. Der denkt, ich sehe den gar nicht, aber ich mache hier einfach hier F5-Modus, andere Perspektive und dann sehe ich alles. Ich schaue euch gar nicht in die Augen. Alter, was ist das denn? Das ist ein richtig, das ist ein Void-Boost. Das ist ein Void-Stiefel. Alter, wie krass, der hat einfach Void-Stiefel. Nein, gar nicht gut, Leute, aber ich habe hier so einen... Wir testen den mal, okay? Komm, wir testen den jetzt mal. Loan, Alter, das ist ja un... Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar, Leute. Warte mal, wo ist der hin, Leute? Wisst ihr was? Ich werde gleich richtig pranken. Jetzt kann ich mir auch in die Augen schauen. Boah, das ist OP. Ey, ich bin der Erste, der SCP in die Augen schaut, weil er kann mich gar nicht sehen. Er weiß ja gar nicht, dass ich ihm in die Augen schaue, weil ich unsichtbar bin. Wo ist eigentlich dieser rote Keine Ahnung was hin? Hä? Hat der mich gerade keine Ahnung was hingenatt? Okay, wisst ihr was? Das kriegt der zurück, Leute, das kriegt der zurück. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich pikse in den Popo. Bah, Junge, was ist das denn für ein eckliger Popo, Alter? Leute, da will ich eigentlich nicht rein piksen. Aber wir machen das jetzt und pranken den Leuten. Was ist das für eine Portion? Egal, weg damit. Leute, der hat mich, der hat mich runtergeschmissen. Aber das war aus Versehen, der hat euch wirklich eine Portion geschmissen, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich habe mich damit abgeworfen. Zum Glück habe ich den Apfel gegessen, ich hatte nicht viel Leben. Okay, Leute, wir schubsen den jetzt runter, Junge. Wir schubsen den jetzt runter, piksen den in sein Skelett Popo, Junge, damit Uckri wieder auf seinen Bauch rauskommt, damit er ihn wieder hochwirkt. Okay, und? Boah, Junge, reingepikst, nochmal reingepikst. Let's go, ist bestimmt noch nie passiert, Leute. Ja, war das? Äh, der fragt sich, wer das war. Okay, das ist gar nicht gut. Leute, ich bin auch immer unsichtbar. Ich bin auch immer unsichtbar. Ich werde ihn hochbringen. Ich werde ihn gehen. was, Junge, was redet der da? Oh nein, oh nein, ich glaube, okay, das war Selbstzerstörung. Ich habe jetzt wahrscheinlich 100% ein Herz weniger. Ich werde jetzt überall auf seine Seite fahren. Nein, 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 ich glaube, der hat ahnt, dass ich unsichtbar bin. Okay, das war gar nicht gut, Leute. Was mache ich denn jetzt? Was, was mache ich denn jetzt, Leute? Junge, ich muss jetzt die ganze unsichtbar bleiben, aber wenn mein Effekt weggeht, dann bin ich, dann bin ich am Ende. Okay, egal, ich öffne sie. Nein, Jonas, wie ist das denn los, Leute? Alter. Was? Leute, der hat den Wither One-Shot gemacht. Der hat den Wither einfach direkt gekillt und seine Seele ist hier noch. Leute, was, was geht bei dem Typen ab? Die Zombies verraten mich, bam, weg mit denen. Ich bin auch richtig stark. Guck mal. Warum, warum hat sich, der Lucky Block einfach geöffnet? Hier sind echt viele Fehler im System. Der denkt, es fehlen ein System, aber ich habe den Lucky Block geöffnet. Junge, wenn ich gerade unsichtbar bin, okay, das ist gut, Leute, ich verliere so keine Herzen. Wenn ich unsichtbar bin, kann er gar nicht, gar nicht kriegen. Das geht. Praktisch ist es unmöglich, deswegen öffne ich das sofort. Soll man gerade fliegen? Äh, Leute, ich glaube, das war ein Fehler. Irgendwas rieche ich doch. Was? Mit meinen blinden Augen sehe ich auch irgendwas, obwohl ich eigentlich nicht sehen kann. Aber unsichtbare Gestalten Das ergibt gar keinen Sinn, Leute, was er da redet. Der kann mich sowieso nicht sehen. Irgendwo hier. Was denkt der eigentlich? Der sieht mich sowieso nicht. Ich stelle mich jetzt hinter ihm. Junge, als ob der denkt, dass der mich sieht, Leute. Der wird mich sowieso nicht sehen. Schau mal, ich bin hier vorne. Hier, hier, irgendwo. Hör mal, der sieht mich wirklich. Leute, Leute, Leute. Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ey, Alter, was geht mit dem ab? Ey, ich dachte, der kann mich nicht sehen, aber der kann mich wirklich riechen. Ey, was stinkt ich etwa, oder was? Oh nein, ich bin draufgegangen, Leute. Ich bin draufgegangen. Ich hab doch ein Herz. Warum ist dir gerade ein Herz rumgeschüttet? Da bist du ja. Wir, wir können, nein, stopp, 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 du hast mich doch gerade eben erst gekämpft. Wir können über alles reden, wir können über das alles reden, okay? Du warst der unsichtbare Bengel. Äh, nein, ich war doch nicht unsichtbar. Ich bin, ich war gerade auf Toilette und bin gerade erst wieder gekommen. ich war nicht weg. Na gut, du hast nur noch ein Leben. Du weißt genau, was das heißt. Äh, ja, du jetzt noch einmal mich nervst. Da wirst du wieder gebannt. Nein, 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 ich bin so sehr glücklich. Ich bin nie wieder. Alter, der immer treibt, Aber, ihr wisst, was das heißt, ich darf nicht nochmal draufgehen, so es wird wirklich gebannt von dem Server und das will ich nicht von Sembukri City, Leute, ich will nicht von Sembukri City gebannt werden. Die beiden, das war eine richtig gute Ausrede. Ich dachte wirklich, ich wäre auf Toilette oder so, ne? Da haben wir doch mal Glück gehabt. Ey, SCP, ich sag dir ehrlich, wenn du Spaß haben willst, dann wart bis zum Battle und kill mich nicht einmal noch, ne? Weil ganz am Ende, Junge, du hast ja Spaß daran, Leute zu killen, ne? Oder? Hör mir zu, ich mach die Regeln und du hast mir nichts zu sagen, aber ich werde dich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Nur wenn du mich nervst, dann werde ich dich nochmal killen. Okay, okay, machen wir, Leute, ich wollte dich nochmal davon überzeugen, ne? Weil ganz am Ende gibt es Bälle, dass er mich hier im Leben... Was ist das? Leute, das ist kein normaler goldener Apfel. Was ist das für ein Apfel? Sternorbapfel. Okay, warte mal, wir testen den. Wir testen den sofort. Yo. Yo. Okay, wie wieder unsichtbar, Leute. Sieht mich wieder nicht. Let's go. Schwarzer Lochhelm. Yo, was? Okay, der ist ultra... Oh nein, jetzt sieht er mich. Und jetzt sieht er, dass er unsichtbar war. Haben Sie sich nur unsichtbar einen Helm? Bist du wieder unsichtbar? Ey, was für wieder? Ich bin zum ersten Mal unsichtbar. Gerade eben war ich nicht. Ey, hör auf, dich auf meine Seite zu bauen, okay? Ich hab einen Helm an, oder? Ich werd dich killen. Okay, okay, ich lass meinen Helm wirklich an. Weil das vielleicht sogar besser für mich nicht, weil dann hab ich ein bisschen mehr Leben. Ich hab dir den Weg weggeleid. Junge, ich kann einfach rüberspringen. Guck dir das mal an. Ich hab halt ne Jumpboost im Gegensatz zu dir. Haha. Warte mal, was ist das denn? Hä? Was ist das? Fliegende Maschine? Was ist das denn da mit? Äh, Leute, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Leute, sowas seht ihr nie, Junge, wie einfach hier SCP fliegt mit einer komischen Maschine? Hä? Vielleicht geht's ja hier. Was, was macht der denn jetzt? Okay, Leute, ich hab keine Ahnung was. Yo, der fährt Achterbahn. Der hat nicht geglaubt, schade. Leute, in der Zeit, was, in der Zeit, wo der hinten war? Ich öffne jetzt einen Block von ihm und ich werde richtig krasse Sachen kriegen. Äh, warte mal. Hä? Ich bin mir im Jön oben weg da. Das ist meine Seite. Ey, ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Leute, ich glaub, der hat meiner Hand Unglück gegeben. Der hat mir Unglück gegeben. Ich hab grad seinen Block geöffnet. Der kriegt nur OP-Loot raus. Aber wenn ich das öffne, da ist einfach nix rausgekommen. Ich glaub, der hat das so eingestellt, ne, wenn ich seine Blöcke öffne, dass ich da nix rauskriege. Alter, ich hoffe, die müssen nicht auffallen, dass ich einen von seiner Blöcke geöffnet hab. Wie komisch ist das denn? ja. Okay, Eisen. Das bringt mir gar nix. Und weißt du was? Die schmeißen das ja auch auf seine Seite. Hier. Guck mal, ich bin so nett, ne? Ich geb dir ganz bisschen was an Eisen. Hier, gönn dir. Guck mal, was ein Ehremann ich bin, Junge. Guck mal, ganz viel Eisen. Ich muss mich zu schwachstellen und mir sagen, dass ich Eisen brauche. Äh. Oh nein, der nimmt das als Beleidigung gar nicht gut. Nee, will ich nicht. Das war nur ein Geschenk. Was war das denn? Oh, arme Hasen. Irgendwie bestimmt hier irgendwas nicht. Hä? Warum bekam ich nur Milch? Leute, ich glaub, das hängt damit zusammen, dass ich grad auf seiner Seite bin. Und der hat mir irgendwie Unlucky gegeben oder so. Und deswegen krieg ich einfach keine guten Atems. Was ist das, Leute? Kohle. Wow, Leute. Ich brauch was krasses noch. Ich brauch noch wirklich... Wow. So, jetzt wollt es wieder gehen. Wie? Wir haben irgendwas gehackt, ne? Merke ich gerade. Leute, ich hab einfach Enchanted rote Karotten bekommen. Aber ich seh grad, wir haben nur noch zwei Lucky Blöcke. Ich brauch unbedingt eure Hilfe, denn mit diesem Loot kann ich nicht gewinnen. Es wird nicht klappen. Deswegen, Leute, falls ihr mir helfen wollt, lasst allen ab und ein Like da innerhalb der nächsten drei Sekunden, damit ich noch zehn weitere Lucky Blöcke ins Inventar kriege und oben die ganz schnell öffne, bevor ihr es zieht, Leute, auf drei, zwei, eins, komm schon, lass einen ab und ein Like da. Let's go, Leute. Wow. Ey, das muss klappen, das muss klappen. Bitte, 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 hat es geklappt. Und wow, Leute, es hat geklappt. Ich hab zehn Lucky. Okay, ganz schnell wieder aufs Mal. Warte mal. Habt ihr das? Seht ihr das? Der hat auch Lucky Blöcke im Inventar. Junge, nein. Zum Glück kann er mich nicht angucken und ich kann da einfach schieben. Hä? Was? Alter, wie ehrenlos ist der? Leute, wie... Nee, wisst ihr was? Zack, ich mach mich jetzt unsichtbar. Ich jetzt einen Affel. Junge, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem los? Zack, Barb, unsichtbar. Helm weg. Jetzt rüber auf seine Seite und ich öffne... Weißt du was? Wenn er die jetzt öffnet, ich klau sie ihm sehr gut. Ah, weg damit. Hä? Was hast du gemacht mit dem Super? weg damit. Junge, wie schock ist der? Haha, hat es geklappt, Leute, hat es geklappt. Da kommt nicht nur Müll raus. Nur Müll. Ey, wirklich du Blutze. Ich hab sein Diamantenelm geklaut. Ey, das ist ihm gar nicht aufgefallen. Endlich hab ich's bekommen. Leute, 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 ich klau ihn einfach. Oh, was ist das denn? Der hat ihn gekillt. Leute, Leute, ich werde das Alter einen Nut klauen. Der denkt sich bestimmt, hä, warum kommt da kein guter Nut raus? Weil ich den alles klaue. Let's go. Ich verstehe nicht, warum ich nur Müll rausbekomme. Hä? Weg damit, Alter. Das kann nicht wahr sein. Let's go. Boom. Geklaut, Leute, geklaut, geklaut. So, weiter geht. Zum Glück hab ich ein bisschen was abbekommen, aber irgendwie. Das wird dir nicht guter. Und zwar Beut. Das war Beut. Oh, Leute, das kann ich mir gleich gönnen. Warte, warte, aber der ist runtergefallen. Der ist einfach runtergefallen. Wieder hier oben. Aber warte, weil der Kopf wieder von hinten. Leute, wisst ihr was? Das nutze ich. Die Chance nutze ich. Ich eröffne jetzt schnell seinen Block hier. Unsichtbar. Was hab ich bekommen? Warte, ist unsichtbar. Nein, nein, okay, ich geh jetzt hier vorne wieder hin. Muss ganz schön meinen Helm anziehen, damit er nichts bemerkt. So, zack, jetzt mach ich weiter. So, ich öffne wieder ganz normal meine Blöcke SCP. Ich hab nichts getan und ich werd auch nie wieder irgendwas tun. Ich bin ja richtig nett. So, zack, zack, machen wir weiter. Oh, mein Lucky Block von dem Clown. Äh, warte mal, was soll das jetzt werden? Ich hör den. Ich hör den, Leute. Ich öffne meinen nächsten Lucky Block. Yo! Ey! Yo, wie krass ist der Bogen? Warte, ich hab die ganzen Pfeile. Alter, das hat nochmal alles gecarried. Ey, ich hoffe, dem fällt eigentlich nicht auf, dass der sein Lucky Block einfach verschwunden ist. Der wollte einfach gerade meinen Luke geklaut, hat er aber nicht geschafft. Warum ist mein Lucky Block weg? Äh, Leute, okay, das ist, das war's komplett. Dem ist es doch aufgefallen, aber... Nee, ich geb mir neue Lucky Blöcke. Hä? Der ist grad... Was? Juhu, ich hör den. Ey, SCP, kann es sein, dass du vielleicht zufälligerweise keine Lucky Blöcke mehr hast? Wo bist du eigentlich? Doch, ich hab noch genug Lucky Blöcke. Du hast noch genug Lucky... Leute, Juhu, ist der... Ja, okay, okay, wisst ihr was? Ihr habt mir geholfen, Leute, solange der da seine öffnet, öffnen wir unsere da ganz schnell in der Arena. Ich sag ihm jetzt nicht, wo ich bin, ich bin ja selber auch unsichtbar. Und der denkt, ich bin gar nicht mehr unsichtbar, aber der ist ja noch da. Der öffnet der noch seine Lucky Blöcke, ne? Kriegt der jetzt zurück. Bam, öffnen wir. Wow, wow, alter, richtig krassen Loot. Richtig krassen Loot. Was? Yo, yo, was ist das denn, Alter? Okay, wir kriegen den OP-Loot des Grauens, Leute. Oh, Brunnen, Brunnen, Brunnen. Was ist das für ein Effekt, Leute? Ich hab kein, oh, oh, mein Lucky Block ist weg. Okay, wir haben einen Brunnen, das kriegen wir raus. Und, wow, Diamanten, let's go. Okay, und nächster Brunnen, kommt schon. Und, wow, und was? Ey, da ist einfach nichts Gutes rausgekommen, Leute. Oh, Mann, so schlecht. Warte, ist da irgendwas oben? Was ist das denn? Okay, ich nehme alles zurück, da ist ein richtig guter Loot rausgekommen. Zack, alles. Voll truss, Rüstung und ein, nein, ein Hacker-Apfel. Ist das krass, Leute? Okay, ich hab ein krasses Loot, das darf der auf jeden Fall nicht sehen, Leute. Wir würden sagen, ey, ich geh jetzt einfach zu hin und tun so, als ob das gewesen wäre. Der ist hier froh. Guck mal, da vorne, der ist ja einfach die ganze Zeit. Und öffnet Sachen. Was macht der denn den ganzen? Ey, SCP-Junge, hörst du mich eigentlich gerade? Ich weiß zwar nicht, wo du bist, ne, wo bist du eigentlich? Aber, bist du schon fertig? Können wir jetzt anfangen? Leute, weiß ich gar nicht, wo da drin ist. Ja, wir können anfangen sofort. Ein paar Lucky Blocks öffnet. Alter, ist der ehrenlos, Leute. Er öffnet einfach die Lucky Blöcke und denkt, ich seh das nicht, ne? Warte mal, wir tun einfach mal so. Warte mal, warum sind da die ganzen Lucky Blöcke und spawnen da? Das stimmt nicht. Hä, was seh ich da? SCP, wo bist du eigentlich? Das ist ja gut. Alter, Junge, wisst ihr was? Ja, wir können anfangen. Äh, 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 ey, warte mal, warst du das gerade etwa die ganze Zeit dort vorne beim Lucky Block? Leute! Jo, wisst ihr was? So, Alter sieht mich eh nicht. Ja, ich seh den nicht, ne? Jetzt bin ich auch unsichtbar. Haha, jetzt, oh ne, ich bin nicht unsichtbar. Leute, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell essen. Hoffentlich hab ich das gesehen. Was hast du denn hier? Okay, weißt du was? Ich hab die ganze Zeit gesehen, dass du hier die ganze Zeit im geheimen Lucky Block eröffnest. Du hast tausende geöffnet, aber wir machen trotzdem das Battle und wir werden trotzdem sehen, wer das Ganze jetzt am Ende gewinnt, okay? Bist du einverstanden? Du hast gecheatet. Ich hab, Egal, wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen jetzt einfach an, okay? Ja, können wir machen, Leute, solange ich mir nicht in die Augen schaue, kann eigentlich nichts passieren und ich werde nicht gegen den Verlieren. Nebenbei, ne? Der sieht ja gar nicht, dass ich ihm die Augen schaue, weil ich hab ja, ich hab ja gar kein Gesicht, Leute, ich bin ja unsichtbar. Warte mal, ey, du da vorne, SCB, rüstest du dich gerade aus? Schau mal, wer vor dir ist. Die haben die Sünde vor mir, aber du schaffst mir irgendwie auch nicht in die Augen. Ja, ich hab deine Schwachstelle gefunden. Und zwar schaue ich dir die ganze Zeit in die Augen, aber du kannst das nicht sehen. Haha. Ich hab dich gerade nicht zugehören. Ey, Junge, der rastet aus, Leute. Ja, was willst du machen, hä? Du siehst mich zwar nicht. Ich hab jetzt Unsichtbarkeit und da kannst du nichts gegen tun. Haha. Und weißt du was? Ey, ich bin schon ready. Ich warte nur noch auf dich. Wenn du ready bist, dann können wir direkt anfangen und das epische Battle machen, okay? Ich bin schon ganze Zeit bereit. Okay, okay, dann fangen wir jetzt an, Leute. Ich werde jetzt sofort erstmal die Karotte essen. Boom. Karotte intus rein. Boom. Und ganz am Ende, wenn nichts mehr hilft, essen wir hier kein Apfel. Bam. Irgendeinen komischen, weiten, eisigen, verzauberten Orb-Apfel und jetzt noch plus Star-Orb-Apfel. Leute, ich hab keine Ahnung, wie viel Herzen. Ich hab nur was für Effekte, Alter. Aber es sieht aber ultra krass aus. Und jetzt, komm her, SCP. Bist du bereit, Junge? Ich werde Ucri rächen und den wieder zum Leben erwecken und nicht aus der Ucri-Sitte gebahnt. Weißt du was? Wir fangen auf drei an. Oh nein. Und Leute, ich seh gerade, Junge, was passiert mit meinen Herzen? Ich glaub, ich hab zu viele Karotten und zu viele Äpfel gegessen. Guck mal, was da abgeht. Yo, meine Herzen, ich krieg immer mehr Plus. Und das ändert irgendwie die Farbe. Ich hab Rainbow-Herzen. Ist das wegen den Lucky Block? Alter, SCP, du kriegst mich niemals. Junge, was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Yo, wie viele Herzen hab ich Plus bekommen? Okay, ich hab keine Ahnung, was... Natürlich werde ich kämpfen und ich werde dich besiegen, Junge. Komm her. Bam. Bam, Junge. Putz. Haha. Oh ja. Boom. Boom. Getroffen. Und ich hab noch 10.000 mehr Feine. Alter, du... Nein, nicht Nahkampf. Nahkampf auf keinen Fall, Leute. Der macht zu viel Damage, Junge, mit seinem komischen Ding. Bam. Bam, bam, bam. Komm her. Boom. Haha. Weggehittet. Oh ja. Fernkampf klappt auch nicht. Dann muss ich doch irgendwann in den Nahkampf gehen. Alter, du machst mir nicht mal das Damage. Ey, versuch mich doch zu kriegen. Ich esse jetzt meine Karotte. Haha. Und damit kannst du mich nicht bekommen. Bam. Wir müssen noch unseren anderen Apfel essen. Alles müssen wir essen. Warum bist du so stark? Ja. Mhm. Zack, zack. Bam. Ich esse einfach alles. Leute, und meine Rüstung geht richtig schnell kaputt. Yo, ich krieg dich jetzt. Komm mal her hier. Bam. Alter, Leute, der ist gar nicht mehr so schwach. Ja. Hier. Boom. Fress meinen Laserbogen. Ja, komm herkampf. Fress. Alter. Oh, Leute. Der boostet mich richtig schwer. Yo. Leute, ich brauch eine Wand. Ich brauch eine Wand. Junge, so swappt der mich hierzu. Wie viele Pfeile hat der eigentlich? Warum hat der die ganzen Pfeile? Ja. Oh, du machst eine Wand. Versuch mich jetzt noch zu kriegen. Boom, Junge. Batz. Geh da. Geh da in die Enke, Junge. Boom, 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 boom. Ich bin blind, ich seh dich. Du kannst mich nicht besiegen. Alter, warum ist der blöd, Leute? Bum, 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 Junge. Haha. Ey, kann der mich eigentlich nur riechen? Äh, warte mal. Brr, was macht der da, Leute? Jetzt frisst das, Junge. Fress das. Bum, Bum, Junge. Batz. Mit meiner komischen Sendel-Attackier ich den jetzt. Und jetzt wieder Bogen-Attack. Alter, der hat auch so viel Leben, Leute. Aber mir kann der kein Damage machen. Mir kann der. Jetzt hast du keine Chance mehr. Wie? Ich hab keine Chance. Bam, Bam. Ich schieße dich ab mit meinem Bogen, Alter. Haha. Getroffen, Junge. Alter, wie präzise ist der Bogen? Boom, boom, boom. Alter. Du triffst mich nicht. Weißt du was? Leute, ich kann ihn nicht kriegen. Ich glaube, ich muss einen Hacker-Apfel gleich essen. Ich glaube wirklich, ich muss einen Hacker-Apfel gleich essen. Sonst kriege ich den. Nein. Meine Rüstung geht gleich kaputt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab nur noch meine Schutzplatte. Nur meine Schutzplatte. Leute, hier ist jetzt auch nicht mehr da. Jetzt hast du gar nichts mehr. Aber ich. Haha, jetzt bin ich unsiebbar. Nein, ich brenne, Leute. Ich brenne. Der sieht mich. Du brennst. Bam. Bam, Junge. Boom, 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 boom. Alter, ich. Ich bin schlau. Leute, ich hab nicht mehr viele Pfeile. Ninja-Axt. Ninja-Axt. Hab ich ganz vergessen. Ich hab die auch noch. Boom. Let's go. Let's go. Und jetzt muss ich ihn mit meinem Ninja-Effekt kriegen. Und? Bam, Junge. Bam. Ey, ich sieb überhaupt gut die Axt. Ich weiß es nicht, Alter. Aber boom. Zack. Komm her. Der hat Rüstung, Leute? Du, was ist denn für Rüstung? Ich werd den... Nein, nein, nein. Ich hab keinen Speed. Ich hab keinen Speed mehr. Leute, wie krass ist der? Boom. Zack. Bam. Rein da. Und jetzt auch die Karotte. Ich darf nicht draufgehen, Leute. Ich darf nicht draufgehen. Meine Schaufel. Junge, du wirst mir kein Damage machen. Hier vorne bin ich, ja? Versuch mich noch zu kriegen. Und jetzt. Bam. Bogenattacke. Zack, 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 zack. Naja, wenn du mit Bogen schießt, dann ich auch. Ja, versuch mich noch zu kriegen. Jetzt. Haha, hab ich mich versteckt. Ja, aha. Das reicht nicht. Wie, das reicht nicht? Bam, 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 bam. Und? Äh, warte mal, hä? Wo bist du jetzt hingegangen? Ja, komm. Junge, ich muss den aus der Base rausschubsen. Ich muss den hier rausschubsen. Ich glaub, das ist meine einzige Wahl, Junge, wie ich den noch kriegen kann. So bekomm ich den nicht. Boom, 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 komm. Komm schon, Mann, ich krieg den. Let's go. So, wenn du mich komplett runterschubst, dann hast du gewonnen, okay? Äh, warte mal. Wie? Wie, du gibst zu. Alter, das ist auch bestimmt gelogen. Ich bin unsterblich. Alter, du lügst. Wie, der ist wirklich unsterblich. Junge, ich mach dem so viel Damage, aber der will das nicht, äh, der überlebt das die ganze Zeit. Bam. Guck mal, den beiden, ne, dieses Schwer, das gibt mir einfach extra Heal die ganze Zeit plus. Bam, 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 komm her. Ich hab keine Pfeile mehr, Leute. Boom, Junge, fress los, Alter. Ey, Leute, der ist so stark, ne? Mann, wie soll ich den überhaupt besiegen, wenn der so krass ist? Oh nein, ich hab gleich keine Pfeile mehr. Warum hat den überhaupt so viele Pfeile? Ja, jetzt hab ich wieder ein paar. Ich hab ein paar aufgesammelt, ne? Komm, bam, und boom, stopp. Ach, ich hab den nicht getroffen, Leute. Gar nicht gut, gar nicht gut. Boom, boom, boom. Haha, auja. Fress das, Junge. Bam, 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 haha. Gangnam lassen meine Kräfte da. Ey, warte mal, Leute. Ich glaub, ein Bogen hat unendlich Pfeile. Haha, der hat unendlich keinen drauf. Let's go. Alter, wie krass ist das denn? Boom, 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 boom. Ey, du hast keine Chance. Du kannst mich nicht besiegen. Junge, ich werd dich jetzt so weglasern, Alter. Guck dir das mal an. Bam, bam. Warte mal, Leute, ich hab wirklich alle meine Pfeile gegeben. Ist mir egal, ich hab unendlich Pfeile. Ich hab unendlich, das ist mir gar nicht aufgefallen, Leute. Obwohl, äh, warte mal, jetzt hab ich irgendwie doch keine. Ey, das ist voll komisch. Mein Bogen ist echt ein bisschen am bangen. Aber ich werd ihn abschießen, Junge. Bam, bam. Leute, wie stark ist einfach SCP? Ey, ich muss schneller werden. Ich muss schneller werden. Ich glaub, wir haben noch eine Chance, Leute. Wir haben noch eine Chance. Schreibt mal jetzt alle in die Kommentare, ob wir den Hackerapfel benutzen sollen. Boom, Junge. Geh weg von mir. Egal, was du machen willst, es wird nicht klappen. Junge, so langsam. Ich hab keine Äpfel mehr gleich. Und wenn ich die nicht mehr hab, dann geh ich sowas und drauf. Okay, schnell essen, schnell essen. Leute, Leute, der Lasers, mich kommt jetzt zu, Junge. Ich kann nicht schön viele Karotten reingönnen, Junge. Ich hab wieder den Hacker. Nein, 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 gar nicht gut, gar nicht gut. Was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, Leute? Wir müssen ihn eigentlich erledigen. Aber ich kann nicht. Ich glaub, wir müssen wirklich einen OP-Apfel essen. Wir müssen es tun, Leute. Warte mal, hab ich unendlich Pfeile? Bam, bam, bam. Ey, ja, fällt der jetzt jetzt auf, Junge. Natürlich haben wir unendlich Pfeile. Oh, Mann, Junge, komm her. Wie schnell schießt eigentlich dieser Bogen? Der ist so krass. Oh, nein, ich hab keine Rüstung mehr. Boom, boom. Oh, das ist keine... Leute, okay, es ist Zeit. Es ist Zeit, Leute. Ich werd noch einmal probieren, hier mit deinem Ninja-Ex irgendwas auszurichten. So, hinter den Maumen verstecken. Let's go, let's go, let's go. Und jetzt? Oh, nein, 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 nein. Hier. Bam, Junge. Fress das. Bam, bam. Boom. Du machst mir trotzdem keinen Schaden. Weg mit dir, Alter. Boom. Zack, hey, was machst du jetzt? Ha, bam, 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 bam. Boom. Oh, Gott, der ist so stark. Ich darf auch nicht springen, sonst muss der mich gleich noch aus der Map raus. Da hab ich auf jeden Fall verloren. Deswegen, Leute, wir tun's jetzt, okay? Auf drei, zwei, eins und wir essen jetzt den OP-Ampfel. Warte ab, was ich jetzt mit dir anstelle, Junge. Aber schießt du mich nicht mehr an? Und boom. Leute, was ist jetzt passiert? Wo bist du? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Guckt mal meine Herzen an. Schaut mal meine Herzen an. Leute, was geht hier ab? Oh, nein, irgendwie sehe ich gar nichts mehr und ich rieche auch nichts mehr. Leute, was geht hier ab? Let's go, Junge. Ich bin Flash, Alter. Junge, wie schnell bin ich, Leute? Okay, warte mal. Jetzt, ich werde sowas umgesiegen. Hä? Weiß nicht, wo ich bin? Boom, hier bin ich. Boom, Junge. Und jetzt, boom. Fress das, Alter, fress das. Ich bin nicht alle getroffen. Boom, ja, du triffst mich. Ich weiß auch, wieso. Leute, Leute, das gibt Kopfschmerzen. Ich muss sneaken, Junge. Ich muss sneaken, sonst treffe ich ihn nicht. Boom, boom, Junge. Komm her. Komm her. Du kannst mich nicht. Bam. Wenn du mich triffst, Junge, bin ich in einer Sekunde wieder bei dir. Ich kriege dir tolle Schaden. Boom, 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 Junge. Bats, bats. Alter, Junge, der muss doch drauf gehen. Ja, let's go. Ich glaube, der geht drauf. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Let's go. Wir haben SCP-069 erledigt. Let's go, Leute. Wir haben ihn komplett aufgenommen. Schaut mal, wie schnell ich bin, wenn ich sneake, Leute. Das ist so geistkrank. Guck mal, wie schnell ich bin, wenn ich nicht sneake. Ich werde wiederkommen. Was? Wie, du musst wiederkommen? Alter, wirst du nicht. Guck mal mein Herz an, Leute. Ich habe kein bisschen Herz verloren. Ich bin der krasseste Junge. Ich bin Flash. Let's go, Leute. Aber, warte mal. Wo ist Ukri? Ey, wir müssen hier oben wieder hin. Der muss auch irgendwo jetzt sein, oder nicht? Komm, wir gehen da oben jetzt wieder hin. Wir müssen zu Ukri schnell. Wir müssen ganz schnell zu Ukri. Hä? Warte mal. Ich kann fliegen. Leute, ich kann einfach fliegen. Wie krass ist das denn? Okay, viel zu OP. Viel zu OP. Aber ich muss da... Ich muss da jetzt irgendwie hochkommen. Aber ich komme nicht hoch, weil ich viel zu schnell bin. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss jetzt zu Ukri, Junge. Ich hoffe, der hat es überlebt. Wir werden nicht aus dem Ukri-City gebannt. Let's go. Okay, ich bin jetzt oben. Wo ist die Ukri? Komm schon, Ukri. Du musst dich doch zeigen. Ey, hast du es etwa nicht immer erlebt, oder was? Ey, SP hat mir versprochen, wenn ich ihn besiege. Kommst du wieder... Warte mal. Ukri, da bist du ja. Let's go. Du hast es geschafft. Ja, ich weiß, Ukri. Du kannst mich wahrscheinlich nicht sehen, oder? Du fragst dich jetzt, was ist hier abgegangen? Ey, so lucky. Was war hier los? Ich habe es geschafft. Aber wo bist du? Äh, ich bin genau hier vorne. Du kannst mich nicht sehen, weil ich einen Hacker-Apfel gegessen habe und SP besiegt habe. Das ist eine lange Geschichte. Aber, Ukri, wir sind wieder vereint, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und drückt aufs nächste Video jetzt, falls ihr weitere coolen Folgen nicht verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke. Und jetzt, ciao, ciao, Leute. Abonniert.